Du hast doch noch nicht mal einen auf dem Zaub, du blöder Scheißkerl! Hä? Jetzt sind wir 27 Jahre verheiratet. Wann hast du mir eigentlich letztes Mal was nettet gesagt? Ich hab das Gefühl, dass du mich sowieso nicht mehr liebst. Doch, aber nicht jetzt. Jetzt muss ich klacken. Jetzt ist Theme Park Zeit und die Time ist total alright. Jetzt ist Theme Park Zeit, Overnight, Zeit, Zeit, Zonga! Herzlich Willkommen und ein Überdruss an Ton. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Stahl und... Geisterischka! Nein, natürlich nicht. Holz! Jawohl, ich und mein Holz hier. Ja, schönen guten Tag an der Lübeck. Hallo, liebe Grüße. Gehen raus. Liebe Grüße zurück. Im Funfair-Block-Studio. Aus dem Lübecker Funfair-Block-Studio. Hier scheint die Sonne, mittlerweile ist es ja Abend. Zumindest hier in Deutschland, wollte ich gerade sagen. Aber bei dir ist ja auch Deutschland. Ja, also Rande von. Also ich bin halber Holländer. Attraktsche, super Attraktsche. Wird bei dir auch alles frittiert? Mhm. Cool. Auch ein Snickers? Snickers. Snickers besonders. In so einem Teigmantel. Hier gab es mal eine Frittenbude in Aachen. Die ist eigentlich berühmt. Frittness hieß die. Okay. Von der Kati. Katis Frittness. Und Kati, das ist eine Wuchtbohme. Also wirklich, äh, also. Wolle gebrochen. Dreimal ich, ja. So. Und die Kati stand immer an der Fritteuse. Oder steht immer noch an der Fritteuse. Grüße gehen raus. Wenn ihr da mal hingehen wollt. Und ihr seid gerade in Aachen. Pondstraße. Die hat auch immer die leckersten, neuesten, frittierten Sachen aus Holland importiert. Weil es ist ja an der Grenze, ne, bei uns ja. Und, ähm, ja. Da gibt es halt holländische Spezialitäten. Und, äh, alles frittiert. Da gibt es auch Mars frittiert. In so einem Teigmantel. Snickers frittiert. Milky Way. All den ganzen. Also die haut da alles rein. Die muss aber auch alles probiert haben. So sieht sie. Oh Gott. Ich darf das sagen. Ich bin selber ein bisschen pummelig. Ähm, ja. Und die hat auch eine geile Currywurst. Es gibt einmal normale Currywurst. Klassik. Verschärft. Hot. Und jetzt, äh, alle kleinen Kinder weghören. Au Hua. Äh, Au Hua ist bei uns in Aachen ein Ausspruch. Wie, wenn dir irgendwas, wie, leck mich am Harsch. Oder, äh, ne, was ist das? Ne, was war das? Kacke. Oder weiß ich irgendwie so. Und, äh, das Au Hua. Sag mal, Au Hua. Hör uns ob. Und Au Hua heißt auf Deutsch übersetzt. Alte Hure. Es ist so. Wir sind ein bisschen assi in Aachen. Aber das ist ja bei uns so der Ausspruch. Au Hua. Man singt auch zum Geburtstag. Hass Geburtstag. Au Hua. Hass Geburtstag. Geburtstag. Au Hua. Hass Geburtstag. Au Hua. hat im letzten Sommer eine Frittenbude vorgestellt. In, äh, in Brühl. Ähm, das Video fängt halt einfach an mit dem Besitzer, das ist auch ein Holländer, der fährt mit seinem Rad hier durch, durch, äh, Brülerin durch. Und fragt dann, äh, äh, über all die Leute, wo denn seine eigene Frittenbude ist. Also das ist schon mal erstmal skurril. Und dann kommt er an seiner eigenen Frittenbude an. Und dann sieht er gerade, wie Markus seinen Schlafsack einrollt. Ja, der auf dem Boden lag, ja, der auf dem Boden lag. Und er sagt, ja, du bist doch der Kirmes, Markus, was machst du denn hier? Und dann erzählt er so, ja, ich hab hier geschlafen. Und dann fressen sie sich da halt durch das ganze holländische Buffet durch. Liebe Grüße an Markus, gehen raus. Lange nicht mehr gesehen jetzt, Kirmes, Markus. Ja, ähm, müssen wir mal gucken. Irgendwas mit Frittenbude in Brühl und Kirmes, Markus, auf jeden Fall. Und, ähm, Joppi-Soße hat er in Maragane. Joppi. Was heißt Joppi-Soße? Das ist eine leckere Soße mit Mayonnaise, Curry und kleinen, äh, ähm, äh, Ziebelstückchen. Oha. Ja. Da geht er ab, du. Da geht er ab. Da geht er ab. Das sehe ich schon wieder gerade so viel. Ich hab letztens in einem Kommentar, wir kommen, wir gehen ja gleich, wir schimmen sowieso noch mal auf die Kommentare ein. Ja. Äh, ich hab in einem Kommentar gelesen, ich soll dich mal ein bisschen aus der Reserve locken, Lars. Du redest ja sonst immer so viel, nur hier bist du immer so still. Ich komm ja nicht dazu. Wir können auch mal einen Fünf-Stunden-Podcast machen. Oh Gott, Fünf-Stunden? Nee, wir müssen ja auch irgendwann ins Bett. Ja, ich bin heute ein bisschen fröhlich drauf, weil ich, also, das ist wie so einer, jemand, der, äh, jahrelang keinen, äh, ähm, Geschlechtsverkehr mehr hatte und dann endlich nochmal ran durfte. So, so, so fühle ich mich gerade, weil das Wochenende war da und, äh, die, äh, Freizeitparks sahen wieder auf. Und ich bin vollends befriedigt worden in Sachen Freizeitparks und deswegen bin ich noch, ich, äh, ja, ich bin noch sehr, da müssen wir, wir haben heute so viel auf dem Zettel, wir haben so viel zu bereden, äh, Freizeitparks, wie es war, ähm, dann gibt es auch Neuigkeiten von der Kirmes, da geht es jetzt auch bald weiter. Düsseldorf, ne? Ja, aber, mhm, nicht nur. Und, ähm, ja, ganz viel, viel anderen, äh, Schmuh, aber ich würde erstmal sagen, Lars, die alltägliche Frage, altübliche Frage, jede Woche wieder. Wir gehen wieder heute mit euch. Warst du heute schon auf Klo? Nein, Quatsch. Wie war es? Wie war es Wochenende? Wie war es Wochenende? Erzähl mal. Wie waren die letzten Tage? Hast du es genossen, äh, meine Stimme nicht hören zu müssen? Oh, war das schön. Ich habe gerade schon wieder gehört, Lars hat heute wieder bestellt und er hat sich jetzt, äh, so am Feier des Tages auch ein Bier aufgemacht. Das musste jetzt mal sein. Das musste jetzt mal sein. Lars hat ein RAC selber. Na, endlich. Ich habe, äh, ich habe ein Feierabendbierchen mir mal jetzt mal gegönnt. Ich habe ja drei Sorten zur Auswahl. Guinness, was hatte ich noch gesagt? Kilkenny, glaube ich. Ja, irgendwie so. Also, auf jeden Fall ein irisches Bier. Ja, äh, und, äh, Königs Red. Und Ben hat zu mir gesagt, ich soll Guinness trinken. Schmeckt aber so ein bisschen, boah, süffig. Ja, da wusste ich aber nicht, dass das kein richtiges Guinness ist. Ja, das ist, wie heißt das Ding? Extra Staud steht da drauf. Weiß ich nicht. Staud. Staud, Staud. Ist das aus Holland? Nee. Lecker Staudje? Lecker Staudje? Lecker Staudje. Lecker Bierchen, lecker Bierchen. Staudje mit der Gaskunst. Von dem Verhandel aus Holland, der lecker Biertjes, der Biertjes. Das finde ich auch mal lustig. Die Holländer, die verniedlichen, ja, da ist eine Harfe drauf. Die verniedlichen alles. Ne, da ist ja Dratje, äh, Fizjes. Ja, du hast ja immer so eine Holländerin, die immer zuhört. Welche kennst du sich jetzt? Ähm, äh, Fahrräder sind die Fizjes, Fritten sind die Fittjes, ne? Und die Bierchen sind die Bierschis. Die Bierschis? Lecker Bierschis. Lecker Schön. Ne, hab ich mir auf jeden Fall jetzt mal gegönnt, ähm, äh, zum, zum Feierabend sozusagen. Ja, ansonsten, Wochenende Pfingsten, die freien Tage waren schön. Irgendwie hab ich das selber auch vermisst, so, äh, Parks, ne? Weil ich war ja leider nicht irgendwie unterwegs, beziehungsweise nur Family Besuch. Und ich war, bevor ich zur Family gefahren bin, war ich nochmal wieder bei der Drive-In-Kimmis und hab mir nochmal Mutzen gekauft, mal wieder. Mal Mutzen und, äh, was war das noch? Und leckere Mandeln, schön. Ich brauch Mutzen. Ja, großartig. Ach, oh, was neuer, brauchst du Mutzen? Genau, ich kam davor mit dem Auto und hab gesagt, Mutzen! Wie, die sind noch nicht fertig. Genau, jetzt? Wenn der Papa kommt, sie die Mutzen fertig zu sein. Ja, genau. Habt ihr den Mutzen auch mit Marzipan drin gefüllt? Nicht? Scheiße! Nein, alles nicht. Dann macht mal! Ja, genau. Der Papa kommt morgen wieder. 1800, M-E-Z, mitteläupäische Zeit. So muss das sein. Nee, und, ähm, genau. Und, ähm, ja, denn, schön freie Tage gehabt. Äh, aber es hat dann, es hat schon gekribbelt so, ne? Ich hab ja, ich wusste ja, dass du im Europapark bist und viele andere auch. Und dann auch Phantasialand hat ja auch Saisonstadt gehabt. Äh, boah, das ist, und dann hatten wir ja wirklich tolles Wetter hier, ne? Äh, das stimmt, ja. Und da hab ich schon gesagt, oh, jetzt da sein, da sein, da, wie auch immer, äh, da, ne? Das Bier wirkt schon, man merkt es. Ja, scheiße, was ist denn da drin, sag mal? Und, ähm. Ein ganzer Staud. 4,1 Prozent. Ja, und, ähm, das wär schon toll gewesen, aber ich mein, hier oben im Norden, da sind, hab ich gelesen, beziehungsweise gehört, die Strände waren voll. Also sind viele nach oben gefahren, gerade so Pfingstmontag, hab ich gehört, war dann schon einiges hier los, ähm, ja, und da hat man da ein paar Bilder gesehen, so mit Abstand, ist auch nicht so, ne, wir sind ja mehr, da ist ja, da braucht man das ja nicht. Und, ähm, ne, aber ansonsten ist nicht so viel. Die Woche verging wirklich wieder sehr schnell, muss ich sagen. Ja. Also auf Arbeit viel zu tun, wie immer, ähm, kennst du ja bei dir auch. Ja. Und dann tust du Urlaub, ne? Oder hast du keinen Urlaub mehr? Nee, ich hab keinen Urlaub. Ah! Hatte auch gar, ich hatte nur den Freitag frei. Ach so, genau, da hast du ja freigenommen, wegen Europapark, ne? Aber dein Wochenende war ja, denke ich mal, sehr viel interessanter, ähm, ja, wie war das? Erzähl mal, du bist jetzt am Donnerstag oder Donnerstagabend hingefahren oder wann seid ihr runtergefahren? Ja, Donnerstagabend, also ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus, das wird jetzt wahrscheinlich, ne, er hat ja gesagt, dass wir halt so ein bisschen über, über, ja, dann das sprechen, was ich dann so ein bisschen auch erlebe, erlebt habe, deswegen, es tut mir jetzt schon leid, wenn ich jetzt wieder mehr quatsche als Lars, äh, lass ein Like da, falls du es jetzt hast, ja. Lass ein Rischka da. Rischka, jawohl. Ja, ähm, wo soll ich anfangen? Ja, genau, wir sind Donnerstagabend, äh, nach, nach der Arbeit bin ich, ähm, äh, zum, äh, Phantasialand gefahren. Okay. Ja, ich hab in der Nähe vom Phantasialand dann geparkt und, ähm, äh, andere Kollegen halt auch, weil wir uns dann da alle getroffen haben, weil wir am Samstag halt, äh, im Phantasialand waren und dass wir dann halt nicht, äh, noch von, weiß ich wo, äh, wieder erst vom Phantasialand wieder irgendwo zu, zu einem Kumpel fahren müssen und von da aus wäre nach Hause, was für mich effektiv weiter gewesen wäre, haben wir gesagt, äh, wir parken in, äh, unmittelbar, ja, in der, in der Nähe vom Phantasialand, so, dass wir von da aus dann nachher wieder, äh, in eine Himmelsrichtung dann halt fahren konnten. Deswegen haben wir uns da getroffen, ähm, sind von da aus dann abends zum Europapark gefahren. Und, ja. Und sind da losgefahren, nachts, oder wie? Äh, nee, also ich war so um sieben war ich am Phantasialand, ja, und viertel nach sieben, zwanzig nach sieben, äh, bin ich dann, sind wir dann losgefahren. Okay. Wie lange fahrt ihr runter? Vier und halb Stunden? Ja, also vom Phantasialand sind es noch dreieinhalb ungefähr, glaube ich. Oh, naja, geht ja. Ja, und dann habe ich halt die halbe, oder ein bisschen mehr als die halbe Fahrt noch gestreamt bei Twitch, Phantom Arena, äh, auf Twitch gibt's auch, da sind dann halt immer, da mach ich halt sowas halt, ne, wenn, äh, wenn man so unterwegs ist und das ist sowieso langweilig, wenn ich dann die ganze Zeit Autofahrrad, dann kann man irgendwie auch die Zeit nutzen, um zu streamen, das mal, so, solche Streams gibt's dann halt per Twitch. Das hat funktioniert? Habe ich dann halt auch nochmal gemacht. Von der Verbindung her? Ja, mit dem Handy halt, ne. Und ging oder was? Ja, ja, ich komm mir dann immer so ein Tagespaket da, das hat dann zum Glück dann auch noch, also in den Europaparktag reingereicht, dann konnte ich da halt auch Storys machen und so. Genau, das war halt ganz cool. Dann waren wir halt, ja, ich glaub so, halb zwölf waren wir da, wir hatten aber noch Hunger. Ja, das Problem war natürlich, 23 Uhr hatten dann schon mal die ganzen Lokalitäten im Europapark natürlich dicht, war ja auch noch keine Saison, logischerweise. Also sind wir halt noch zum Fastfood-Giganten, der König, den König, zum König gefahren. Hm. Ja, zum Hamburger König. Ja, zum Hamburger König. Haben uns da halt nochmal eingedeckt, haben aber Glück gehabt, weil hinter uns direkt die Tür zugeschlossen worden ist. Was? Das hat man nichts gekriegt. Ja, wir waren halt wirklich die letzten Leute, die da halt irgendwie reinkamen. Hm. Und haben das dann halt, ja, weiß ich nicht, eingepackt und haben das dann mit zu unserer Ferienwohnung genommen, haben das dann da halt noch verspeist. Hab dann auch noch zwei leckere Sixpacks Bier mitgehabt, die haben wir dann noch getrunken, also nicht alles, aber ein bisschen was davon. Und sind dann in der Büse, damit wir dann morgens früh dann in den Park kommen konnten. Und ja, da sind wir dann auch gewesen, morgens früh direkt hin. Kleine Frage reingegrätscht, habt ihr im Themenhotel da übernachtet oder auswärts? Nee, wir haben auswärts. Ich habe irgendwann mal eine Pension mir rausgesucht, die relativ günstig ist. Also bezahlen, wir haben jetzt für, pro Nacht haben wir jetzt 45 Euro bezahlt pro Person. Oh Gott, das hätte ich nicht so sagen. Zwei Nächte. Ist natürlich ohne Frühstück, aber es ist halt wirklich eine komplette Wohnung mit Küche und alles, zwei Schlafzimmer, was willst du mehr? Also günstiger Keks ist in Rust wahrscheinlich nicht. Und ja, das war auf jeden Fall, das ist unsere Stammferienwohnung, würde ich mal sagen. Wir pennen halt ab und an dann auch mal im Hotel, aber du kannst die Vorzüge natürlich auch nutzen von den Hotels, auch wenn du nicht im Hotel pennst. Klar, also Schwimmbad jetzt nicht, aber ansonsten kannst du ja trotzdem in ein Restaurant da gehen und essen. Und ich finde es halt sehr schön in den Europa-Park-Hotels, aber ganz ehrlich, muss ich da jetzt keine vier, drei, vier, fünf Nächte sein. Das ist dann halt doch relativ teuer. Das soll auch irgendwie nochmal ein bisschen was Exklusives sein, wo man sich auch drauf freut. Und deswegen macht man das dann ab und an halt dann nur mal. Und genau, also für die eine Nacht hätte es sich eh nicht mehr gelohnt, weil wir so spät angekommen sind und am nächsten Tag dann halt direkt im Park. Genau. Dann sind wir zum Hotel-Eingang, also zum, Quatsch, gar nicht zum Hotel-Eingang, zum Haupteingang gegangen. Ja, und dann standen da schon alle schön vermummt, ne, mit den Masken halt an. War relativ viel. Also momentan ist es so, dass du zum Europa-Park, wenn du da reingehst, da wo du normalerweise die Tageskarten kaufst, da wird dein datiertes Tagesticket abgescannt und dahinter bist du dann praktisch schon im Park. Die Drehkreuze, die gibt es momentan gar nicht, da kannst du einfach so durchgehen. Und ja, wir standen aber an der falschen Stange an, weil da hatte jemand irgendwelche Fragen noch und standen da irgendwie 20 Minuten irgendwie an. Und als wir dran waren, ging es halt relativ zügig. Aber in der Zeit wurden wir dann halt noch vom französischen Fernsehen interviewt. War auch so geil. Da merktest du direkt, was das für ein Beitrag wird, ne. So von wegen Fragen, also oft gebrochen im Deutsch natürlich. Ähm, ja, was wir denn hier machen würden. So, ja. Blumen gießen. Wenn sie sich umdrehen, da ist ein großer Freizeitpark. Ja, und warum? Warum fahren? Was machen sie hier? Ja, Spaß haben. Was denn sonst? Wieso? Ja, und wieso jetzt? Ja, warum nicht? Das auch. Ja, und dann, also Stefan war ja dann dabei, das Video ist ja auch schon online, er wurde dann halt zuerst interviewt und er meinte so, ja, da freuen wir uns schon die ganze Zeit drauf und endlich macht das wieder auf. Das hört sich so an, als ob das so total der Corona-Gegner gewesen ist und das überhaupt so für der Corona-Leugner irgendwie. Da bin ich nur noch ein Buch mit dem Grundgesetz. Das stimmt gar nicht, ich weiß gar nicht, warum wir die gar nicht aufmachen, die Scheiße. Ne, aber so war es nicht. Ja, und dann habe ich dann halt auch noch ein bisschen was erzählt. Das haben sie leider nicht reingeschnitten. Weiß ich nicht, warum. Wahrscheinlich habe ich zu viel geredet. Genau, du warst zu, bei dir war es zu lang. Nein, eigentlich habe ich eine Europapark werbefreundliche Botschaft eigentlich da ins Mikrofon gefaselt. Von wegen, dass wir uns jetzt freuen und dass wir endlich jetzt wieder Zeit gemeinsam erleben. Genau, auch mit diesen Punkten dazwischen. Ja, haben sie aber nicht irgendwie reingenommen. Und du hattest nachher, also ich habe dann von Phil, von Simpa Guide, liebe Grüße, das dann nachher zugeschickt bekommen. Der hat das dann irgendwo im Internet gefunden. Und also so, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein lokaler Sender war oder sonst irgendwas. Die haben dann noch irgendwie einen Ton drüber eingesprochen. Das rauschte so. Und das war, als ob die das in der Besenkammer da irgendwie eingesprochen hätten. Also es war irgendwie gar nicht, ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ja, aber ich bin im Hintergrund zu sehen und Stefan, das Interview mit dem, ist ein Teil auf jeden Fall da drin gelandet in diesem Beitrag. Naja, sei es drum, dahinter stand Patrick Marx mit Flyer in der Hand von dem Virtuell-Line. Das ist ja jetzt diese Möglichkeit, virtuell sich anzustellen. Haben wir dann auch direkt mal ausprobiert. Also zuerst haben wir uns noch ein Fast- oder ein Zeit-Ticket geholt für Voletarium. und wollten dann halt direkt mal dann auch diese App probieren. Das ist ja halt so, du kannst in der App, kannst du dich jetzt für vier Attraktionen anstellen, virtuell. Und dann ist es halt so, du kriegst eine Zeit gesagt und zu dieser Zeit musst du an dieser Attraktion sein und kannst dann sofort fahren. Zeitfenster halbe Stunde, oder? Zeitfenster stand dann irgendwo im Internet, stand dann, ja, du musst dann da sein. Ob du dann da halt noch ein Zeitfenster hast, stand da erstmal nicht. Und das Problem, was ich dann halt auch sah direkt, ist halt, dass du für diese vier Attraktionen, das war Kankankoaster, Bluefire, Arthur und Euromir, da musst du diese App für nutzen. Du kannst dich nicht normal anstellen, sondern du musst dafür diese App nutzen. Wir standen ja auch überall mit den Flyern, was natürlich auf der einen Seite halt sinnvoll ist, aber auf der anderen Seite zwingt man ja da den Gas dazu, sich erstmal diese App vom Europapark runterzuladen, um sich dann da einzulongen und dann da diese Virtuell-Line anzunutzen. Ja, auf jeden Fall, sei es erstmal drum, wir hatten das dann halt gebucht, haben draufgedrückt und dann stand auf einmal, also du musst erstmal deine Tickets einscannen, dann sind die in der App drin und dann kannst du halt sagen, okay, ich stelle mich jetzt mit meinen ganzen Tickets, mit meinen Freunden, dann an Attraktion ABC an. Wir haben das beim Kankankoaster versucht, haben dann draufgeklickt, um anzustellen und dann stand so eine Meldung, sie stehen jetzt an. Ich so, ja, schön, und jetzt? Wann müssen wir denn da sein? Keine Ahnung, stand nicht da. Ich dann halt wieder zum Eingang vom Kankankoaster, stand Patrick Marx wieder da, ich so zu ihm hin und sage so, hör mal, hier, ne, was ist denn hier los? Kollege. Also ja, wir haben ja gerade noch ein bisschen Probleme, ja, hier der Kollege, der hat ein Gerät, dann kann er das nochmal einscannen und dann kann er euch die Uhrzeit sagen, elf Uhr, okay, also sind wir dann erst im Park gewesen, haben ein bisschen gefahren, sind um elf Uhr, also anderthalb Stunden später, dann wieder da hingekommen und dann wurden die Karten eingescannt, konnten sagen dann, ja, ja, kannst durchgehen und dann dachte ich, ja, cool, jetzt können wir direkt fahren, gehen dann halt rein und standen komplett an. Wir standen dann nochmal eine gute halbe Stunde an. Also es wird abgescannt und du konntest in die Queue-Line, wie jeder andere auch, oder wie? Ja, eben, aber nicht wie jeder andere auch, weil es gibt ja nur die Möglichkeit, über diese Virtuell-Line dann die Achterbahn zu nutzen. Ach so, du konntest dich da nicht normal einstehen. Ja, aber normalerweise sind ja die Timeslots dafür da, dass es gerechnet wird, sodass du halt hinkommst und sofort fahren kannst, so wie es mit dem Zeit-Ticket bei Volitarium zum Beispiel ist. Jetzt muss ich dazu sagen, Kankankurse hatte in dem Moment dann, als wir da standen, kurz da drauf, ein Problem. Das dauerte halt nochmal ein bisschen, länger. Aber trotzdem, also davor standen die Leute ja auch schon da und da gab es noch kein Problem. Und wir standen halt nochmal wieder an. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Erfindung. Also auf gut Deutsch, wenn ich mich jetzt nicht diese App da habe, dann kann ich, kann Kankankoaster, hätte ich das gar nicht fahren können, oder wie? Am ersten Tag nicht. Die haben das jetzt geändert, dass es jetzt nur noch optional ist. Du kannst dich normal anstellen und du kannst jetzt, ich glaube, über einen Single Rider geht es jetzt, dass die Leute dann da reinlassen, weil der Single Rider ist ja momentan zu, dass du über einen Single Rider jetzt dann diese App nutzen kannst. Ja. Und dann bist du auch wohl sofort drin. Also die brauchten da auch noch ein paar Tage wohl, um das irgendwie noch ein bisschen zu feintunen. Ich finde es jetzt auch gut, dass man davon weggegangen ist, zu sagen, okay, du musst die App haben, um dann fahren zu können. Ja, das wäre blöd. Das habe ich jetzt gar nicht erst verstanden, weil ich dachte, das wäre optional. Also am ersten Tag war es wirklich so, du musst die App haben und du musst darüber dich einloggen, um einen Platz in der Warteschlange zu haben. Und dann solltest du dann eigentlich, wenn du dann zu dieser Zeit wiederkommst, dann sofort fahren können. Das war aber nicht. Du musst es da trotzdem nochmal anstellen. Also ich dachte, ja, gut, komm. Ich habe das falsch verstanden. Okay. Ja, ich habe dann auch gedacht, okay, vielleicht ist das halt irgendwie erstmal, war ein Problem und dann wurde das auch bestätigt, dass es ein Problem gab und das hätte man jetzt auch im Griff. Und dann haben wir es dann nachmittags nochmal versucht bei Bluefire, weil Bluefire wollte ich auch unbedingt fahren. Gerade auch, weil die Q-Line ja neu ist. Die haben ja da jetzt dieses Nord Stream 2 Center, weiß ich, von Gazprom ist man da auf Nord Stream 2 gewechselt. Eigentlich, man kann halten von Nord Stream 2, was man will, aber dieses Preview Center ist halt schon ganz geil, weil die komplette Seiten sind komplett Leinwand. Die gehen sogar gebogen ums Eck. Da hast du da Wasser, was da drauf auf dich prescht und so ein Helikopterflug, wo du ein Helikopter siehst auf hoher See, in einem Sturmgerät und so. Und von überall halt auch mit Blitzen und so, mit Licht und solchen Effekten und natürlich Derby Surround. Also das ist schon mega gut. Das ist schon schön gemacht. Kommt auch ein Eisbär vor? Leider nicht, hab ich nur gesehen. Ach, Kinders. Der Knut. Ja, und da haben wir es dann halt auch probiert. Und da haben wir dann auch wieder die App ausprobiert, haben dann wieder draufgeklickt und dann stand, ja, ein Viertelstuhl später sollten wir schon da sein. Wir waren eh ein bisschen weiter weg, also haben wir uns direkt zum Bluefire begeben, kamen dann da an und wir standen dann praktisch noch vor dieser Halle, also noch vor dem normalen Eingang. Und es standen halt, also die komplette Warte Stange stand halt praktisch an. Ja, aber wenn wir das halt sehen wollten, haben wir das halt auch gemacht. Gut, das waren jetzt, also wenn es hochkam, 30, 45 Minuten. Aber es ist halt auch wieder nicht das, was es halt versprochen hat. Ne, diese Virtuelle Line funktionierte auch da wieder nicht. Okay. Okay. Und dann haben wir danach kurz mit einer Frau gesprochen und die hat gesagt, ja, die haben das jetzt auch für heute total gekippt. Die haben die App jetzt deaktiviert, du kannst dich jetzt überall komplett normal anstellen bei diesen Weizen. Ja, ich sagte mal, ach komm, lass. Ja, jetzt habe ich auch gelesen, dass hier heute oder gestern, ich glaube wohl, kann kein Coaster gehört jetzt nicht mehr zum Virtuelle Line, sondern die haben dafür jetzt Wodan reingenommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe das nur gehört. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es stimmt. Ja, das war dann halt erst mal so, weißt du, aber es ist halt am ersten Tag immer so. Aber man hat auch schon gemerkt, gerade dafür, dass sie jetzt auch da wirklich von dieser Entscheidung wieder weggegangen sind, die App nutzen zu müssen, dass man sich da intern ja wohl dann auch nochmal Gedanken drüber gemacht hat. Weil das war ja eigentlich so auch nicht vorgesehen. Ja. Und ja, das war halt so das Erste, was war dann, was halt ein bisschen negativ war, aber war ja genug dann da. Und es ist halt, also wir haben schon gesagt, es sind halt auf den Straßen, hast du wenig Leute gesehen. Der Tag war ausgebucht, das konntest du im Internet sehen. Also es gab da keine Karten mehr für im Vorfeld. Aber so im Laufe des Tages, wenn sich die ganzen Leute so verteilt haben im Park, waren wirklich sehr wenig Leute auf der Straße, sondern halt schon in den Attraktionen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem sehr leeren Tag, dann waren gefühlt weniger Leute auf den Straßen, aber du hast trotzdem länger angestanden. Also klar, wegen Corona erstmal mit diesem, dass man ein bisschen mehr Platz haben muss, dass die Crews dann auch länger sind. Auf der anderen Seite ist auch logisch, wenn da jede zweite Reihe nur zum Beispiel bei Bluefire besetzt wird, dass man dann halt auch mit längeren Zeiten rechnen muss. Und also wir sind so wenig gefahren, wie lange nicht mehr. Auch an kurz oder an vollen Tagen, Sommertagen sind wir mehr gefahren als an diesem Tag. Wir haben dann nachher noch jemanden getroffen beim Restaurant, der mich erkannt hat. Mit dem haben wir kurz nochmal gesprochen. Ich weiß deinen Namen nicht, ich weiß nicht, ob du zuhörst. Ja, er meinte dann aber, er hat genau komplett das andere, er hat komplett das andere wahrgenommen. Er ist so viel gefallen wie noch nie. Er hat zwar nur die kleineren Sachen gemacht, aber also bei kleinen Sachen muss man auch wirklich sagen, also Dark Rides und so, da ging es, da konntest du auch so durchgehen. Und da fand ich halt auf jeden Fall schön beim Geisterschloss, die neue Animatronic, die im ersten Raum dort steht, wenn man reingeht. Kein Pirat. Ja, Geisterpirat. Das ist ein Geisterjäger, der da, also das ist jetzt so, dass das Geisterschloss, da hat er alle die Geister, die er gefangen hat, sollen dann da halt jetzt so drin sein. Die Story wird halt wohl jetzt auch im nächsten Jahr noch ein bisschen weiter ausgebaut, so wie ich das verstanden habe. War aber schon schön. Aber was mich auch sehr gefreut hat, ist halt einfach das Preview Center von Piraten in Batavia. Also thematisch mega schön. Also wieder so detailverliebt. Du kannst ja durch den ersten Warteraum praktisch gehen von Piraten in Batavia schon. Das sind jetzt nicht alle Sachen, die dann auch später noch da stehen, sondern da sind halt auch so ein paar Sachen, wie dann halt das Boot aussieht, so ein paar Skizzen und so. Dann ist noch eine Wand, wo ein Video drauf gezeigt wird. Das ist halt auch blöd. Viele Leute stehen davor und möchten sich das angucken. Aber weil immer mehr Leute reingelassen werden, dann ist eine Aufpasserin und die sagt dann bitte weitergehen. Du kannst halt nicht das Video dir angucken, weil dann die anderen Leute rein wollen. Das war halt ein bisschen. Oder so ein Kopf von einem Animatronic ist da ausgestellt. Also diese Negativform, wie die das dann da halt mit diesem Gummizeug dann da irgendwie gießen und so. Das war schon interessant. Das Boot, ein Boot steht ja, noch von der Pressekonferenz, das steht vor dem Ride. Kann man sehen. Und dann halt die komplette Häuserzeile von Holland, die jetzt ja wieder frei ist. Da stehen keine Zäune mehr. Das sind jetzt schon zwei Shops, die intern miteinander verbunden sind. Da kriegst du halt so Schokofrüchte, Mandeln, Popcorn und Getränke und Eis. Rumkuchen? Rumkuchen habe ich leider nicht gesehen. Oh, Kinder. Das ist ja auch nicht typisch holländisch. Warum das denn nicht? Ist doch egal. Das ist egal. Rum. Aber Rum passt zu Piraten eigentlich. So. So rum oder andersrum, ja. In Braun. Und da siehst du halt dann auch schon wieder so kleine Easter Eggs. Da ist zum Beispiel an einer Häuserzeile steht oben Familie Mack und Hausnummer 75. 75 ist, wer es weiß, natürlich das Gründungsjahr vom Europapark. Dann gibt es auf einem Hausgiebel oben dann auch nochmal drei Zahlen. Das war 1974. Das war halt, ja, da, wo man Europapark gebaut hat. Dann gab es 2018. Das ist halt, wann Piraten in Batavia abgebrannt ist. Und 2020 steht natürlich dann jetzt für den Neubeginn, für den neuen Ride. Oder so kleine Schmierereien mit Ed und Edda oder auch so Kisten. Ist so eine Euromaus, die dann mit dem Totenkopf so gehalten ist. Also sind schon wieder so kleine Easter Eggs, die man überall so findet. Und das ist schon wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja. Und ja, wie gesagt, also wir hatten halt nicht viel. Wir sind auch nicht getrödelt, haben auch nicht viel rumgesessen, sondern sind wirklich rumgelaufen, haben die Neuheiten gesucht, sind dann auch einige Sachen gefahren. Aber nicht so viel, wie gesagt, wie an anderen Tagen. Auf der einen Seite natürlich verständlich. Habe ich auch vorher schon geahnt, dass es halt ein bisschen schwieriger wird. Aber dass wir so wenig fahren konnten, das hatte ich dann doch nicht gedacht. Aber was gut war, Dancing Dinghy ist immer wieder gefahren in Irland. Ich habe gesehen. Und sie hat wieder gedanced. Sie hat wieder gedanced. Sie ist wieder da. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall eine, also wenn ihr eine rothaarige, kurzhaarige, rothaarige Frau bei Dancing Dinghy seht, fahrt auf jeden Fall mit dem Ride. Also ihr könnt auch sonst damit fahren. Aber da macht es besonders Spaß, weil die bei jeder Fahrt einfach updance. Wir müssen eigentlich mal ein Video machen und das ImaScore schicken, weil der Soundtrack ist ja von denen. Sie feiert das so ab. Also und dann gibt sie immer ein Herzchen und so. Es ist richtig schnuggelig. Oh, I love you all. Wirklich ehrlich. Ich war ja mal mit ImaScore da an diesem Dingidien. Wie heißt das nochmal? Dancing Dinghy. Dancing Dinghy. Da war ich ja mit ImaScore da. Und dann standen wir da auch. Aber ich weiß nicht, ob sie da war. Weil wir sind glaube ich nicht gefahren. Aber wir haben den, wir wollten uns die Musik mal anhören. Ja, nee, das war, das war ja da, wo wir uns getroffen haben. Da haben wir nämlich nachgefragt. Da meinte nämlich die, der Ride OP, der da war, war auch eine ältere Frau. Nee, meinst du, nee, die Frau, die hat Urlaub. Die kommt erst wieder im April. Und dann sagt die so zu uns, ja, tut mir leid, dass ich es nur bin. Oh Gott. Das war mir so leid. Das ist natürlich trotzdem gefahren, aber ja. Ja, ist ja auch gemein. Du bist auch gut. Du bist auch gut. Du bist auch gut. Du bist auch eine gute. Du bist auch eine gute. Du bist auch hart. Ja. Klar. Ja, und was halt auch ist, muss ich auch sagen, Restaurants, viele, die noch zu sind, natürlich so dieses Looping-Restaurant, Foodloop hat natürlich auf, die Soccer-Arena hatte zum Beispiel zu, da gibt es ja so Burger und so. Und viele weitere kleine Stände, also auch Restaurants, die gar nicht auf hatten. Spices zum Beispiel hat auch nicht auf. Und sonst so Eisstände und sowas, weißt du? Ja. Die hatten, ich denke mal, klar, da sparen die auch noch ein bisschen an den Mitarbeitern. Ja. Die können jetzt nicht volle Beladung da überall, ne, alles besetzen. Was ich aber ein bisschen negativ fand an dem Ganzen, das war dann beim Phantasien nachher wieder positiv, die, ja, diese Desinfektionsstände, die gibt es da so gut wie gar nicht. Also, bei manchen Ausgängen, bei wenigen Ausgängen von Attraktionen steht so ein Ding. Da musst du aber Glück haben, dass da überhaupt noch was drin ist, ne? Und man wirbt ja damit auch, dass da halt, ja, weiß ich nicht, Charakter rumlaufen und auch die Leute, die normalerweise in den Shows sind, die sind angezogen, laufen auf den Straßen rum und haben so Desinfektionsmittel dabei. Da kannst du hingehen, dann kriegst du die Hände desinfiziert. An dem ganzen Tag habe ich eine Frau in Luxemburg gesehen, die sowas hatte, aber ansonsten nicht. Da habe ich auch gedacht, also da könnte man ein bisschen noch mehr dran tun. Was ich wohl sagen muss, im ganzen Park ist mir nirgendwo aufgefallen, dass sich irgendjemand nicht an den Regeln gehalten hat. Also, es ist ganz kurz mal bei Kankankoß, wo Leute ein bisschen aufgerückt sind, aber ansonsten haben sich alle Leute immer an diesen 1,5 Metern gehalten. Alle hatten in der Q-Line die Masken auf, auch bei der Fahrt. Also, da habe ich nirgendwo gesehen, dass es da zu Problemen kam und dass sich da Leute nicht dran gehalten haben. Und was krass war bei Bluefire, da fährst du halt so ein bisschen an Gestrüpp und Bäume vorbei. Die sollten nochmal ein bisschen gekürzt werden, weil Stefan und Florian, die haben sich beide richtig die Hände daran wehgetan, weil die Äste da praktisch in das Lichtraumprofil der Achterbahn ragten und sich da richtig die Finger wehgetan hatten. Haben wir aber auch schon gesagt dann nach der Fahrt und die Ride-O-Pers meinten auch so, ja, das haben wir ja schon öfter gehört heute. Da meinten sie dann nachher so, hör mal, hör mal, wir müssen das jetzt unbedingt machen, da ist schon wieder jemand. Ja, ich denke mal, dass die dann da auch dann nochmal mit der Heckenstöre vorbeigegangen sind. Ja. Das ist erstmal so von dem Tag. Und dann sind wir dann halt wieder zur Ferienwohnung und hatten dann einen Tisch reserviert um 20.30 Uhr im Kronasar. Wollten dann essen beim Boba Svens, so wie sie heißt. Svensson. Und ja, wir hatten keine, eigentlich wollten wir zum Italiener, da gibt es ja auch immer lecker, beim Coliseo gibt es ja lecker Pizza, aber da kannst du nicht vorreservieren. Und das war uns dann halt zu heikel, ob wir dann noch einen Platz kriegen, gerade jetzt auch, wenn der Platz auch wieder ein bisschen begrenzt ist, ne, und weniger Tische besetzt werden. Also haben wir dann da hingegangen. Kann man, gibt es da Spaghetti? Spaghetti, oder? Ja, genau, genau. Oh, mit dem leckeren Lambosco. Oh, lecker, lecker. Da kriegst du vorab auch Brot und, äh. So Stängchen kriegst du da immer in zum Glas. Was kriegst du da? So Stängchen, so lange Stangen zum Knabbern. Ne, wir hatten Brot bekommen irgendwie. Brot bekommen? Oder ist da noch ein italienisches Restaurant drin? Ja, die sind, glaube ich, halt, das gibt es ja nochmal, naja, das andere ist ja das Buffet-Restaurant, oder dann nochmal dieses ganze Schickimicki-Restaurant. Ach du Scheiße, waren wir am Schickimicki-Restaurant. Ich habe mich schon gewundert, wir sind da ein T-Shirt reingegangen. Ja, habe ich auch manchmal. Und ich dachte, da gab es nämlich, da gab es nämlich gar keine Pizza. Oh, Kinders. Das ist hinter dem, hinter dem, äh, Bistro, äh, hinter dem, nicht Bistro, Buffet-Restaurant, ne, ist da das Schickimicki-Restaurant? Mhm. Weil da hatten die auch riesige Weinbuddels. Hinter dem normalen, da ist doch gar nichts mehr. Da ist nur noch die Wand und dann geht es runter zur Toilette. Ne, ne, da ist noch eins. Also hinter dem Buffet-Restaurant? Ja, von außen, von außen, weiß ich, ich weiß aber nicht, wo der da Eingang ist, keine Ahnung. Ja, aber das ist mir zugehoben, Lars, das kann ich mir nicht leisten. Da habe ich noch nie, äh, nachgeguckt, wo der Eingang ist. Und ich wollte Pizza, oder wir wollten Pizza und da habe ich mich gewundert, wir sind beim Italiener, es gibt keine Pizza. Na gut, dann nehmen wir Spaghetti. Also wenn du in einem Hotel bist, auf der, und dann links, wenn du von vorne reinkommst, auf dem Portal, da wo wir auch das Foto gemacht haben, wenn du dann reinkommst, dann ist ja rechts die Rezeption im Kolosseum und links geht es ja diesen Gang rein. Ja, genau. Das sind, genau, und dann kommt ja erst, äh, auf der rechten Seite irgendwann diese kleine Kinderspielecke und dahinter ist dann direkt das Restaurant, äh, der Italiener. Wenn du dann weitergehst, dann sind da noch diese, ähm, Tagungsräume und hinten rechts ist dann halt das, da wo du auch morgens frühstückst, und dann geht es eigentlich nur noch runter, äh, zur Toilette. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war, ich glaube, dann war es schon in diesem Schickimicki-Restaurant. Ja, kann man ja mal leisten. Ja, war aber gar nicht so teuer, also, ging eigentlich. Ich kenne mich, man müsste auch mal, also ich wollte auch schon mal in diesen, äh, Sexshop, ähm, Restaurant gehen, was es da noch gibt. Was? Dieses Amoreli in dem Leuchtturm. Amoreli in dem Leuchtturm? Wie, was ist denn das? Ah, da gibt es halt dieses Zwei-Sterne, äh, Restaurant im Leuchtturm von, von Belrock. Das heißt nicht, äh, Amoreli. Amoreli. Das hört sich so ähnlich an. Libodori oder so, keine Ahnung. Libogi, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Liburi-Kirmes. Da kriegst du drei Häppchen für 500 Euro und dann bist du nicht satt davon. Nee, lass mal, dann nehme ich die Pizza. Naja. Ich sehe auch zwei Sterne, ne? Also, wenn man, je mehr Sterne, je mehr Sterne ein Restaurant hat, desto mehr Hunger hast du am Ende, wenn du fertig bist. Ja, dann hätte ich gern das Filet-Steak. Nee, das ist, äh, 15 Gramm ist das schwer. Reicht das? Also, mit Wasser noch drin? Nee, keine Ahnung, es sieht schon gut aus, aber das sehe ich nicht ein, also ganz ehrlich. Nein, das muss ich auch nicht. Ich muss von fressen, gar wenn ich aus dem Park komme, da will ich was fressen. Da hat man so viel, da habe ich so viel an, 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 an Kalorien verbrannt, da muss ich richtig mal irgendwo reinbeißen können. Ja, ich auch. So, und das hatten wir halt im, im, äh, Kronasar, dann Boba Svens, ähm, waren dann halt, weil auch noch den Kollegen dann, den Zuschauer dann noch getroffen haben, bis zum Ende da, so kurz vor 23 Uhr waren, waren wirklich die Letzten. Mhm. Und wollten dann halt wirklich nochmal den Abend ausklingen lassen und dann halt in so eine Bar gehen, weil eine Bar, ne, gerade zum Beispiel Kronasar, da ist ja nicht mehr viel drumrum, das heißt, die Leute, die da sind, entweder haben sie Spaß auf dem Hotelzimmer, gucken Fernsehen oder gehen halt nochmal in eine Bar. Also sind wir zur Bar, die hatte vorher noch auf, kommen halt hin, ja, zu, 23 Uhr, einem, äh, Freitag, erster Saisontag, Hotel war auf, dachte ich mir auch so. Hm. Ja, vielleicht hatten die da Auflagen, kann ja sein. Weiß ich nicht, ja, Zulagen hätten sie von mir bekommen, wenn sie aufgehabt hätten. Ja, ja, aber, ja, das, also, das verstehe ich halt irgendwie nicht, ne, es kann sein, dass das Auflagen sind. Ja, wer weiß, vielleicht hatten die ja Auflagen von der Stadt. Ja, aber die hatten, also vorher hatten die ja auch, also wie wir hingekommen sind, hatte das noch auf, so. Ach so. Und wenn ich in ein Hotel bin, dann verstehe ich nicht, dann müsste ich doch eigentlich auch noch irgendwie den Leuten noch eine Möglichkeit geben, abends, so, muss ja jetzt nicht bis um 4, 5 Uhr sein, aber dann halt auch nochmal, dann noch ein Bierchen trinken. Ja. Nach dem Essen oder so. Ja. Aber das ist weder da so gewesen, noch in den anderen Bars, sonst gehen wir ja auch gern in Ballrock, das hat, die Bar hatte gar nicht auf, das ist halt das, was ich meine. Also Restaurants weder im Park, Restaurants und Bars weder im Park noch in den Restaurants haben alle auf. Da muss man halt auch nochmal ein bisschen abwägen. Es kann natürlich sein, jetzt am Samstag, dass wir halt länger aufgehabt haben, aber ich finde das, ob das jetzt Freitag oder Samstag ist, ist es immer auch noch Wochenende. Da hätte man auch da halt wenigstens noch bis um 1 oder so aufhaben können, weil da ist nichts drumherum, also ne, also gerade Kronasar, da ist nichts, du kannst nichts mehr machen, du kannst halt nur noch auf deinem Hotelzimmer sitzen. Ja. Oder draußen vom Hotel, aber du bist dort wie im Gefängnis, da ist nichts mehr drumherum. Oder du musst halt wieder zum Europapark laufen, aber auch da, wie gesagt, Restaurants, beziehungsweise die Bars, nicht auf, also. Da fahrt ihr da auch nochmal, oder was? Oder seid ihr denn zurück ins, äh. Wir sind durch den, äh, an dem Hotelweg vorbei, da kommt man ja an den Restaurants halt vorbei und dann haben wir da schon geguckt und zum Beispiel die Bar Spirit of St. Louis da im, ähm, äh, Bellrock, das hatte komplett zu. Die haben den Außenbereich für das Restaurant genutzt, um da halt mehr Kapazität zu haben, um da noch Leute draußen setzen zu können. Auch ganz lustig, ich weiß nicht, wie das beim Regen ist, aber jetzt ist es halt so, dass du halt, wenn du da einen Tisch hast oder du möchtest da hinten, dann musst du draußen anstehen und kriegst draußen den Tisch dann zugewiesen. Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, auch bei einigen Restaurants oder sogar so, ne, dass du erst mal warten musst und dann wirst du zugewiesen zu einem Tisch und musst da dann erst mal ausfüllen, wer du bist. Aber draußen. Draußen, ja, ja, ja. Ja, genau, und wir, genau, wir waren, äh, in Irland, ja, ähm, im Restaurant und da war es auch so, da musst du auch so einen Tisch ausfüllen, klar, ist überall jetzt so, damit es nachvollziehbar ist, ne, damit man auch die Ketten dann halt nachher nachvollziehen kann, wenn mal was passieren sollte. Ja, da habe ich auch schon mal einen Gastronomen gefragt, ich sage, müsste euch da, äh, müssen die denn einen Ausweis euch zeigen? Er sagt, nö. Ich sage, ja gut, da könnte ich auch irgendwas eintragen. Eben. Hier ist Kraft Zeppelin, Telefon. Kannst du auch E-Mail-Adresse oder Rufnummer eintragen, was du willst. Ja, eben, also irgendwie, ja, die sagen auch schon, also die haben so viele Auflagen, ähm, aber auch da haben die mit Personal zu kämpfen, ne, weil es sind natürlich noch höhere Kosten und du musst natürlich dann da auch gucken, ist das überhaupt wirtschaftlich, ne, beziehungsweise du reduzierst natürlich dann auch das Personalaufkommen. Verstehe ich voll, das verstehe ich, dass da auch das Personal auch da reduziert wird, verstehe ich auch, aber das hatte, das, die Bar hatte ja vorher auf, dann würde ich doch eher sagen, alle Leute sind nachmittags, alle Leute sind ja nachmittags, so die meisten im Park, ne. Ja, dass ich dann halt sage, okay, dann mache ich erst ab um 18 Uhr vielleicht auf und mache dann bis um 1 oder bis um 2, wäre ja auch möglich, ne, also. Aber es kann ja wirklich sein, dass die Auflagen von der Stadt bekommen haben, Bars nur bis 23 Uhr, Punkt. Kann natürlich sein. Eben, das kann sein. Aber das ist freitags eigentlich, also in der Nebensaison im Europapark immer üblich gewesen. Ja. Also ich bin so oft drüber aufgeregt. Ja, gut, üblich, normal. Ich weiß nicht, wie es ist, ich fand es halt nur ein bisschen schade, weil, ne, der Abend ist noch jung und du willst wenigstens, ich wollte ja jetzt auch nicht bis Ende da bleiben, aber ein Bierchen hätte man, weil aus dem Restaurant wurden wir ja dann praktisch auch schon vertrieben, die wollten natürlich auch Feierabend machen, was ja auch verständlich ist. Ja, vielleicht haben die aber auch da, ja, man weiß es nicht, habt ihr die mal gefragt, woran das liegt oder ob die Auflagen haben? Nee, 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 nee. Nee, hätte man, ja gut, ja, es fällt mir jetzt so spontan ein, weil ich weiß, auch Gastronomen haben hier Auflagen in Hamburg. Ja, ja, klar, die würden alle Auflagen haben. Nee, ich meine jetzt auch zu Öffnungszeiten, da darfst du jetzt nicht aufhaben bis Open End. Ja. Von daher denke ich mal, dass die da auch irgendwie von einer, weiß ich nicht, vom Land oder was bekommen haben, keine Ahnung, 23,20 Uhr und dann müsst ihr dich machen. Ja. Auch am Wochenende, egal. Auch am Wochenende. Ja, Corona. Ja. Ja, dann hatten wir eine sehr kurze Nacht, um 5 Uhr klingelte dann wieder der Wecker, weil wir mussten ja dann am Samstag wieder zurück nach Brühl fahren, wegen Phantasialand. Eigentlich ist es ja immer so, dass ich den ersten Tag der Saison eigentlich immer im Phantasialand verbringe, da aber der Europapark in diesem Jahr mit dem Öffnungsdatum erst rausgegangen ist und den Ticketverkauf gestartet habe, habe ich halt erst für den Europapark die Karte gekauft. Ansonsten wäre ich wieder erst im Phantasialand gewesen, aber so ist es jetzt so, dass ich am zweiten Tag da war und habe dann erst mal, ja, das Neuheiten-Video aufgenommen. Ich bin überall rumgegangen, habe geguckt, wo Neuheiten sind und bin dann durch die Straße hier in Berlin komplett so mit der Kamera in der Hand so rumgelaufen. Und, ja, dann saß Sunny Cologne, liebe Grüße, an der Seite beim, wie heißt er noch hier, bei Lilis Café. Und ich habe sie nur aus dem Augenwinkel gesehen, aber ich habe den Tag schon zwei oder dreimal aufgenommen. Ich habe gedacht, nee, jetzt brichst du nicht ab und sagst jetzt irgendwie Hallo, weil es funktioniert halt, funktioniert gerade, ne? Und sie saß halt noch mit einer Person da und ich habe das gar nicht richtig gesehen und dann habe ich sie nachher nochmal gesehen und dann meinte sie, ja, sie saß mit Joel da. Und da habe ich mich natürlich geärgert. Da hätte ich doch mal Hallo sagen wollen. Ach, ja, schade eigentlich. Joel war auch den ganzen Tag da im Park unterwegs. Mal mit Papa habe ich sie gesehen in China und sonst ist es rumgelaufen, aber ja, dann irgendwie doch nicht mehr so die Zeit gehabt, dann mal mit ihr zu quatschen, was ich eigentlich hätte mal gerne tun wollen. Also, naja, ach, ja, Prioritäten, ne? Kannst du nochmal. Ja. Bist ja nochmal in Phantasialand. In Phantasialand, ja, und in Phantasialand muss ich sagen, da ist es mit dem Abstand oder mit der Sicherheit finde ich so noch einen Tick besser. Also, ich finde die Abstände, im Europapark hast du so gelbe, ja, was sind das, so Stücke, also so gelbe Linien, die da überall in der ganzen Q-Line verteilt sind. Das ist das gleiche Material, wie du auf der Autobahn kennst, weißt du, wenn da so eine Baustelle ist, dieses, diese rote, wo die dann da die Linie mitmachen. Ja, so ein Zeug ist das, das kriegst du auch nicht ab. In Phantasialand sind das eher so Aufkleber, da muss man schon mal ein bisschen aufpassen oder Angst haben, dass es nicht bald abgeht, aber die sind dezenter. In Klugheim sind die zum Beispiel dunkelbraun, das passt halt alles so ein bisschen mehr in die Thematisierung halt rein, ne? Das fällt zwar auf, aber es passt halt eher. Ja, und in Klugheim ist es zum Beispiel so, auf dem Marktplatz, wenn du dich ja da kennst, da gibt es auf der einen Seite den Kreppstand, auf der anderen Seite die Humpenbude und den heißen Baldur, ne, da wo es den Flammkuchen gibt und ja dann halt auch noch die Taverne. So, jetzt haben die den halben Marktplatz da abgeklebt mit Warteschlangen für die jeweiligen Shops. So, und da ist halt nicht so viel Platz, dass halt jeder Shop aufmachen kann oder auf hat. Deswegen haben die den Flammkuchenstand zugelassen und da ist jetzt nur noch die Q-Line für die Humpenbude, weil sonst, du hättest, du konntest nirgendwo da jetzt noch irgendwie noch eine andere Q-Line abkleben, weil das halt zu klein war, ne? Aber ja, ansonsten so finde ich auch überall Desinfektionsständer viel mehr und was ich auch gesehen habe bei der Taverne, wir hatten da ein Bier getrunken am Marktplatz und wir sind nicht in die Taverne reingegangen, aber du musst dich für die Taverne jetzt auch vorne anstellen, da wo normalerweise draußen die Sitzplätze sind, die sind jetzt nicht da, da steht man an, du darfst auch nicht mehr auf der Treppe stehen und vor dem Eingang steht ein Desinfektionsständer. Wenn jetzt ein Tisch frei wird und die Leute kommen raus, werden die Nächsten reingeholt, die Tür wird so lange von der Mitarbeiterin geschlossen gehalten, mit den Händen so praktisch, die stellt sich so in die Tür rein, bis jeder sich die Hände desinfiziert hat und erst dann dürfen die Leute rein, finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Sehr gut gelöst. Okay, ja. Das alles ganz gut, was nicht so gut ist, und da kann das Phantasialand überhaupt nichts für, das sind die Personen. Klientelmäßig muss ich leider sagen, dass der Europapark am ersten Tag eher Leute im Park hatten, die die Corona-Zeit verstehen. Und im Phantasialand leider Leute waren, die das gar nicht so ganz, oder die das auf die leichte Schulter nehmen. Es gab zum Beispiel Yvonne war auch mit, kennst du ja auch. Die waren Taron-Fan, die Kleine mit der Brille. Ach so, ja doch, kenn ich wahr. Die war zum Beispiel Taron-Fan vorher, bevor wir uns gesehen haben. Da ist wohl eine Gruppe von Jugendlichen gewesen, die hatten in der Q-Line keine Maske auf. Dann ist ein Mitarbeiter, ich glaube Chris war es sogar, ist dann zu denen hingelaufen, in die Q-Line rein, hat denen Bescheid gesagt, hier, Maske auf. Dann haben die die Maske angezogen, Chris ging weg und schon war die Maske wieder weg. Und ich habe es selber erlebt, in Wustown bei den Vinyas, da ist es oben ja sehr, sehr eng eigentlich. Und im Sommer ja auch schon sehr stickig manchmal, muss man ja zugeben. Das sind auch auf dem Boden natürlich die Abstandsregler praktisch. Und da stand eine Mutter mit ihrem Kind direkt hinter mir. Auf meinen Hacken standen die fast. Ich dachte sehr gut, kann ja vielleicht sein kurz, dann hat sie nicht richtig geguckt und dann ist sie halt einen Schritt zu weit vorgegangen. Und die dahinter sind auch direkt ein Schritt, dann stand sie nun mal da. Und ich habe mir das halt ein bisschen angeguckt, eine Viertelstunde lang und die ruckte immer weiter auf. Und dann waren wir ja irgendwann, waren wir ja, ich habe ja da kein Blatt vor dem Mund. Ich so, sehen Sie das nicht? Warum laufen Sie denn hier immer hinter mir her? Wollte ich auch irgendwann fahren? Das kann doch nicht sein. Nein, Quatsch. Bleiben Sie doch mal auf dem Punkt da stehen. Ich so, ich sehe, die haben ein kleines Kind. Was sind Sie denn von Vorbild? Ja, da hat doch jeder irgendwie aufeinander ein bisschen aufzupassen, sonst sind wir hier bald schon wieder zu Hause und können gar nichts mehr machen. Ja, da war es halt kleinlaut. Ja, okay. Ja, und dann ein paar Minuten später meinte ich sie, ja, sind Sie hinter mir? Die machen das auch nicht. Ich so, dann müssen Sie auch was sagen. Ja, und das war dann hinten eine Reihe von mega vielen Jugendlichen. Die haben das Spürkis gemacht. Die standen dicht an dicht. Und das war jetzt so eine kleine Gruppe, das war jetzt nur dieses eine, kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber es gibt halt wirklich Leute, die haben es einfach noch immer nicht verstanden. Ja, aber das hast du ja immer, das war ja abzuwarten, das war ja abzusehen. Ja, aber das ist genau, also ganz ehrlich, Phantasien schreibt auch auf der Seite, wenn man sich nicht dran hält, dann schmeißen sie die Leute raus. Ich würde auch gar nicht lange zappeln, es ist ja lieber und nett, dass ein Mitarbeiter in die Kühlein geht und die nochmal darauf hinweist und so und so. Ich würde sagen, ey Leute, ihr wisst, was für eine Zeit ist, ihr habt euch extra nicht dran gehalten, überall steht es auf, raus, fertig. Die haben es rausrecht, weil wenn irgendwas passiert in ihrem Park, dann kannst du aber mal, weißt du, wenn da die ganze Presse sich darauf stürzt, was meinst du, was dann los ist? Ich würde da, also wenn ich Parkbetreiber wäre, ich, ganz ehrlich, ne, no chance, sofort raus, sofort. Ja, weiß ich nicht, es ist schwer, ne, beziehungsweise es ist schwer, ähm, ja, du musst ja dann wirklich, ähm, überall hinterher rennen, ne, ich mein, gut, weiß nicht, ob die da, wie du überwacht sind, ähm, doch, sind die ja, ne, die Q-Lines. Bitte? Wie die überwacht, die Q-Lines, aber gut, du musst ja auch, wenn einer hat, der dann aufguckt, kannst ja nicht, ja. Ja, der, der im Fahrerstand, der kann auch nicht immer, ne, 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 ne. Wenn da nicht Leute anfungen, wenn da nicht alle Leute im Park sind, von Mitarbeitern, ne, wird das halt schwer. Schwer, ja. Bei Talukan fände ich es halt ganz gut, ähm, da ist es halt so, dass du gar nicht in der Q-Line selber anstehst, sondern vorher in dem Restaurant anstehst und die immer nur einen, einen Wagen praktisch reinlassen. Und dann, ähm, wieder das Tor zu machen, so bis die nächste Fahrt. So ein Talukan, gutes Beispiel, wir wissen ja, hatten wir ja auch schon mal in der Ausgabe hier, äh, der, die Gondel war ja bei SAD. Und es war natürlich meine Frage, wie verhält sich das Ganze? Geh weit wieder was Neues, wieder neues Fahrprogramm. Ähm, und ich muss sagen, ja, also erstmal, ich glaube, die Bügel wurden nochmal neu lackiert, die sind, die glänzen wieder so richtig schön. Oh. Und, ähm, also ich hab da, bei Talukan, hab ich wirklich gemerkt, dass ich noch nicht so richtig im Freizeitpark-Game bin. Es ist mir, es war zum ersten Mal so, dass es mir schlecht war bei Talukan. Ha, Muschi wird alt. Ja, ich, ich hab das immer am Anfang der Saison, aber weißt du, fang ich dann immer mit, mit Kirmes an und wenn ich dann im Freizeitpark bin, dann ist es wieder weg. Aber es ist halt so, Talukan fängt an zu fahren und übersteckt sich dann schon vier oder fünf Mal, fährt dann wieder so ein bisschen und dann das Finale wieder mit den viereinhalb oder fünfeinhalb Überschlägen. Also es ist, glaube ich, so, im Winter war das ja auch, glaube ich, schon mal so, dass es dann halt ein bisschen härter war, als davor, wo es weicher eingestellt worden ist. Und dieses Fahrprogramm haben wir jetzt auch wieder. Nur mit dem Unterschied, dass die Bügel jetzt wieder anders eingestellt sind, weil als ich nämlich damals im Winter fahren wollte, hab ich nie reingepasst. Und jetzt ist das wieder null Problemo. Da kann ich die Bügel fast schon so selber zumachen. Ja, siehst du. Ja, soviel erstmal dazu. Ja, Video zum Europapark habe ich dann direkt, nachdem ich zu Hause war, wieder schon gemacht. Von Betavia ist auch schon draußen. Phantasialand folgt jetzt am Samstag die Veröffentlichung. Also wenn ihr da noch ein bisschen mehr Informationen haben wollt. Das Video aus dem Europapark ist auch nur zwei Stunden, neun Minuten lang geworden. Also, das können euch mal gerne gucken. Ach ja. Das ist ja schon Funfair-Blog-Länge, ey. Könnt ihr mal sehen, ey. Nicht nur ich mach so lange Videos. Wir gucken ja auch mal auf die technischen Daten. Schauen wir mal drauf. Schauen wir mal drauf. Ja, ja. Ich hab übrigens eine Beschwerden bekommen von irgendjemandem, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Im ersten Saison-Video hat sich jemand beschwert, dass in einem Video nur einmal das Wort Zonga aufgetaucht ist. Was? Ja. Müsst du eigentlich so ein Schild machen bei Bluefire. Bluefire ist doch immer, wenn es bei dem Abschluss losgeht, dann wird auch immer gesagt, wir haben ein Problem. Und dann, da müsste nicht Danger stehen, da müsste Zonga stehen. Und immer an, aus, an, aus. Ne, da müsste Uwaga stehen. Uwaga heißt ja, Achtung. Ne, das müsste der Mann sagen. Wir haben ein Uwaga. Achtung. Oder wenn du wieder ausschließt. Hier stimmt irgendwas nicht mit der Zonga. Ja, genau. Genau. Ich hab jetzt mal geguckt, was Zonga überhaupt bedeutet. Was heißt denn noch Zonga? Zonga ist ein Schiff. Echt? Zonga. Vor allem heißt es Zonga eigentlich. Ja, mit K, nicht Zonga. Ja, wir sagen mal Zonga. Zonga. Gott, wie Kloßbrühe. Ja, das war jetzt erstmal so, das, was ich so erlebt habe. Jetzt haben wir schon fast eine Stunde, das tut mir so leid. Aber es ist ja so einiges erlebt hier, nicht wahr? Ja, aber wenn man jetzt schon, wenn man schon gerade, ne, die Saison irgendwie am Start ist und, und, und Lars sich die noch nicht traut, die anderen erstmal vorschickt. Ey. Aber dafür haben wir ja den Podcast, dass wir auch mal so ein bisschen darüber reden, was denn jetzt so momentan zur Sache ist. Ja, genau. Ja. Was ist jetzt Sache, Mensch? Was ist jetzt Sache? Und du hast, du hast jetzt, äh, Tageskarten gekauft, ne, ich blick dir jetzt nicht mehr durch, oder wie, oder, wie, wie läuft das jetzt? Wie läuft das jetzt überhaupt? Ja, also, Tageskarte für einen Europapark habe ich gekauft. Mhm. Stefan hätte eigentlich mit seiner Jahreskarte eine Tages-, äh, ein kostenloses Ticket bekommen, hat sich eingeloggt, mehrfach, und es hat, die, die Seite sagt, das Kontingent ist verbraucht für dich. Geht nicht. Nichts, das Kontingent für die Jahreskarten, sondern sein Kontingent ist für den Monat verbraucht, obwohl er noch gar nicht gebucht hatte. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, wisst ihr was, komm, hier, am Arsch, ich kauf mir jetzt die Karte. Und, äh, ja, Phantasia hat dann genauso. Meine Jahreskarte ist ja ausgelaufen am 31.3., das heißt, vor dem, ach, das kann ich auch noch erzählen, äh, vor dem Stichtag, wo, ähm, ab, bis, bis wann die Karte gilt. Also, es gibt ja, ich glaub, was ist der zweite, vierte oder vierte, vierte? Irgendwann dann, wenn dahinter noch die Jahreskarte gilt, dann kann man auch noch weiter kostenlos in den Park, einmal im Monat, aber meine, weil ich meine Karte immer am ersten Saisontag immer, äh, verlängere, ist die am einen, weil die Saison vorher angefangen hat, 2019, ähm, hatte ich jetzt nicht mehr die Chance, weil ich jetzt außerhalb dieser Range war. Lustig war aber, das wusste ich vorher nicht, und irgendwann ging ja, als das, äh, die Info kam, ja, wir machen auf. Am 29. ging kurz danach dieses Formular online, wo man sich als Jahreskartenbesitzer hat registrieren lassen müssen, für einen besonderen Tag, einen Tag, wo man dann kostenlos in den Park wollte, ne? Also hab ich das ausgefüllt, hab das abgeschickt. Dann stand da, es kann bis zu fünf Werktagen dauern, bis man Bescheid bekommt. Und ich hab dann halt danach, nachdem ich diese ganzen FAQ-Gedönster gelesen hab auf der Seite, hab ich gedacht, oh scheiße, das funktioniert ja wahrscheinlich gar nicht. Deswegen hab ich nochmal bei der Hotline angerufen, wie sich das jetzt mit meiner Jahreskarte verhält, weil ich gerne sonst eine normale Karte kaufen würde, nicht, dass sonst das Kontingent komplett weg ist, meine Freunde in den Park sind und ich halt auf meine freie Karte von der Jahreskarte wachte und nachher gar keine bekomme, weil die ja ausgelaufen ist. Und dann meinte er so, nee, 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 geht nicht, wie sie schon sagten, sie sind außerhalb der Range und müssen sich eine Tageskarte kaufen. Ich so, alles gut, im Shop gegangen, die Tageskarte gekauft, alles gesichert, alles gut. In der Woche jetzt, also in der letzten Woche, hab ich dann vom Phantasialand eine Mail bekommen, mit einem kostenlosen Ticket für den, der, für den, für den, für den Samstag. Ich hab mich so, es kann doch nicht sein, ne, verdammt, gibt's, darf ich doch, krieg ich doch eigentlich gar nicht. Jetzt hab ich eine, jetzt hab ich trotzdem eine, aber, äh, ich, ich, äh, ich hab ja jetzt schon bezahlt, ist doch total scheiße, also wollte ich anrufen, ob man das, die Karte, wenn ich sie jetzt eh schon habe, ob das ein Versehen war oder ob ich dann vielleicht noch einen anderen Tag mir dafür dann aussuchen kann, ob man das irgendwie umdeichsen kann. Und, ähm, ja, dann hab ich da angerufen und da meinte ich so, nee, das war dann wohl in Versehen, äh, auch wenn man das dann versuchen würde, mit dieser kostenlosen Karte in den Park zu kommen, dann hätte man keine Chance, weil am Eingang diesen Ausdruck, diese Karte überprüft wird mit dem Datum auf der Jahreskarte, die man hat. Und selbst spätestens da wäre es aufgefallen und man würde nicht in den Park gelassen werden. Jetzt stell ich mir mal so vor, ich wär jetzt davon ausgegangen, ich hätte diese kostenlose Karte bekommen, wär ohne ein Wissen irgendwie in den, zum Phantasialand gefahren, würde am Eingang stehen, die würden das kontrollieren und sagen, ja, sie haben jetzt zwar eine Karte, aber, äh, tut mir leid, sie kommen nicht rein, 31.03., die Karte ist abgelaufen. Dann hätte ich ja überhaupt keine Möglichkeit, noch in den Park zu kommen, ich stell mir jetzt vor, ich würde jetzt mal weiter wegkommen, ne, da hätte ich ja nämlich, ähm, die Karte ist nicht gültig, vor Ort kriege ich keine Tageskarte, was heißt es, ich dürfte mich wieder ins Auto setzen und wieder nach Hause fahren. Hm. Tschüss. Da dachte ich auch so, hm, ja, also hätte ich jetzt nicht angerufen, dann hätte ich wahrscheinlich ein großes Problem gehabt. Naja. Das war halt, das hab ich auch gesagt so, ui, das war jetzt aber nicht, gut, das war halt irgendwie ein Versehen, also, die haben auch gesagt, dass sie irgendwie händisch, äh, alle überprüft werden, deswegen dauert das auch ein bisschen, bis man halt diese kostenlose Karte dann halt auch irgendwie bekommt. Moles hat's, glaub ich, auch zwei oder drei Wochen gedauert. Ähm, alles gut, aber, äh, ich hab ja nur so, wahrscheinlich auch nur ein Einzelfall, aber stell mal vor, du kämpfst jetzt aus Bayern oder weiß ich wo, äh, und denkst so, ach, cool, jetzt hab ich meinen kostenlosen Eintritt, fährst dann da vier, fünf Stunden hoch, und dann stehst du vor der Tür und sag, ja, tu mal, da kommen sie nicht rein. Ja, dann kauf ich halt so eine Karte. Ja, nee, das müssen die anderen machen, das müssen, wir haben ja auch heute, wir haben hier keine Tageskasse auf, es tut mir leid. Ja. Ah, ja, und dann, Phantasialand, Neuheit, äh, können wir nochmal kurz reden, äh, Matamba hat jetzt einen Eingang, ein Hotel, oder bekommt einen Eingang. Und eine Bar. Ist ja noch, in eine Bar, ja genau, erstmal den Eingang, ähm, bisher hatte der Liegenbauer nur einen Hoteleingang, jetzt bekommt Matamba auch einen, Matamba hat aber noch nicht auf, ich glaub, 25. oder 26. nächsten Monat, oder, nee, diesen Monat, kann man wieder, äh, Übernachtungen buchen, ich weiß nicht, irgendwann, auf jeden Fall, wenn man im Onlineshop geht, bei Phantasialand sieht man das, dann kann man wieder buchen, und ich denk mal, dann gibt's dann auch die Möglichkeit, dann darüber auch den Park, in den Park zu gehen. Dadurch ist natürlich der Hotelgarten von Matamba ein bisschen kleiner geworden, weil man ein bisschen mehr Fläche jetzt vom Phantasialand hat, man kann jetzt am Looping bei Big Mamba auch durchlaufen, das ist keine Ahnungsklauze mehr. Und, wie Lars schon sagte, es gibt jetzt eine Bar da, äh, hatte jetzt auch noch nicht auf, aber ich denke, da gibt's bald Leckerchen. Ach, da kann ich schon lecker, komm, schlürfen. Lecker, lecker. Ja, und, äh, das Eis beim Kaffee Himmelreich ist teurer geworden. Was ist teurer geworden? Buh, das Eis beim Kaffee Himmelreich ist teurer geworden. Was? Ja. Zehn Cent, oder? Teurer, oder? 1,60 Euro, die Kugel. Was? 1,60? 1,60 Euro, die Kugel. Sieh mal alles im Lied. Ach, nämlich zehn Kugeln. Ja. Mit Jahreskarakter ist das ja kein Problem, da kriegst du ja Rabatt, aber momentan ja nicht. Nee. Die meinte ist auch schon längst, glaub ich, abgelaufen. Ich glaub, schon letztes Jahr. Wo hast du denn nochmal eine neue? Ja, wenn ich da bin, ja. Wenn's dann wieder welche gibt. Wenn's wieder welche gibt. Ja, ansonsten kauf ich da auch eine Tageskarte. Herrgott. Ist doch nicht so schlimm, ey. Nee, stell mir das an. Du machst doch YouTube, du bist doch Millionär. Ja, genau. Wofür hast du denn deine ganzen Spenden? Ähm, die letzten YouTube-Einnahmen waren, ich glaub, 62 Euro. Läuft bei dir. Ja, läuft. Da kann ich mir endlich wieder, äh, weiß ich nicht, äh, Haribo kaufen. Oder B, oder ein Sixpack B oder so. Ich fahre nach Bonn, so Haribo. Ja. Ja. Nee, äh, cool. Da war ja einiges los, wa? Ja. Mein Gott. Ich hab jetzt übrigens noch gesehen, äh, viele haben auch gefragt, was ist mit Rulantica? Ja, ist zu. Äh, ist zu. Man kann, das Wasser wurde abgelassen. Obwohl die Bagger schon angerollt sind, da wird wieder, also wird jetzt schon wieder an der, an der Erweiterung gebaut. Also, äh, aber, äh, es gab bei BNN.de, das ist eine Zeitung, da im Badischen, die haben geschrieben, dass ab 15.06. man überlegt, wieder Rulantica aufzumachen. Okay. Auf der Seite von Rulantica steht, dass es, äh, geschlossen ist, auf unbestimmte Zeit. Wenn man dann aber ins Ticketshop geht von Rulantica, sieht man, dass man ab dem 25.06. wieder Karten kaufen kann. Obwohl es noch gar keine offizielle, ähm, Meldung vom Europapark, schrägstrich Rulantica, gegeben hat. Na, vielleicht ist es ja schon bekannt, inoffiziell und offiziell noch nicht so richtig. Ja, aber man hat es ja noch nicht nur außen kommuniziert, aber man kann trotzdem noch Karten kaufen. Ja, genau. Genau, kann ja sein. Ja. Okay. Mein Gott, so viel Neues. Ach so, ja. Ja, da kann man ja doch noch in der Hauptsaison ein bisschen was mitnehmen, ne? Aber ich glaube, es haben auch alle dringend nötig, alle Wirtschaftsunternehmen. Die haben sie doch nötig. Die haben sie doch nötig hier. Ja, so langsam wird es Zeit, ne? Ja. Ja, aber es ist schon, wie du sagtest, ein anderes Erlebnis, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Das ist schon anders, ne? Auch wenn du mit der Maske da stehst, da in der Q-Line ein paar Stunden. Oder, naja, ein paar Stunden. Also da habe ich, ich habe sogar nachher Halsschmerzen bekommen. Also das ist nachher, ich finde auch, wenn du wirklich lange diese Maske auf hast, dann hast du irgendwann, also du atmest viel schwerer. Mhm. Und ich habe es auch im Video gesagt, also Respekt für alle Leute, die in ihrem Beruf das den ganzen Tag tragen müssen. Ich kann es halt nicht. Ich bin immer froh gewesen, wenn ich das Ding ausgehabt habe wieder. Es ist schon eine Belastung. Also man glaubt es nicht, aber es ist schon, es ist schon belastend irgendwie. Mhm. Ja, und also was ich jetzt auch gesehen habe, im Europapark muss ich halt sagen, es fällt auch fast gar nicht auf mit diesem, da hat man nicht so viel mit Plexiglas oder so. In so kleinen Darkweights zum Beispiel bei, äh, in Russland, da fällt ja ein Frost, da sieht man sowas. Aber ansonsten fällt das auch gar nicht auf, dass es irgendeine andere Zeit ist. Da sieht alles aus wie normal auch. Ähm, anders sieht es aus zum Beispiel im Efteling, da, also was ich da jetzt bei Loopings gesehen habe, ähm, wie die da die, die, die Q-Lines machen, also, äh, hinten, äh, Notausgang rein, hinten in eine, äh, durch, weiß ich was durch, äh, Mitarbeitergänge, weiß ich wo, also, wenn man sonst immer sagt, okay, man wird im Efteling verzaubert, jetzt momentan ist, ui, das, also, ja, obwohl die ja so viel Platz haben, würde man gar nicht meinen, aber, ähm, da ist es halt wirklich so, dass auch Wege abgesperrt werden, links und rechts, wo dann, äh, Q-Lines sind, in der Mitte gehst du halt als normal, normaler Besucher durch, der sich grad nicht anstellt, all sowas, also, oder bei Rawelein, der Haupteingang wird jetzt genutzt, dass du rechts, also Haupteingang rein bei Rawelein, rechts gehst du dann hin zu Villa Volta und links, äh, geht's dann zu Drumflucht, also, ganz, ganz komisch alles, okay, interessant, interessant, ja, so ist das, da gerade auf, du, da gerade auf, wollen wir, wollen wir erstmal ein bisschen Feedback machen, oder wollen wir direkt mal, äh, zur Kirmes schwenken, Feedback, Feedback, ja, pass auf, mach mal Feedback jetzt, jetzt, erzähl mal, jetzt erzähl mal, jetzt erzähl mal, was, 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 was ihr uns hier schönes erzählt, so, pass auf, jetzt erzähl ich mal was, äh, jetzt ist der Lars wieder dran, nach einer Stunde darf Lars auch mal wieder richtig sein, ich nehme, ich kreime jetzt das Mikro, so, wir müssen das mal so einblenden, wie, wie bei, wie so einem Bundeskanzler-Dings-Duell, Kanzler-Duell, immer diese Redezeit, ja, er hat schon zwei Minuten mehr als ich, ne, ich bestehe darauf, dass ich jetzt, äh, ebenfalls zwei Minuten bekomme, darauf bestehe ich, ich bestehe auf meine Rechten, aber ich hab, lassen Sie mich ausreden, ich hab's ja auch ausreden lassen, so. Erstmal machen wir Werbung. Ja, genau. Weil die Frank Plasberg, die Frank Plasberg einfach immer unterbrechen mit irgendwelchen Filmen, Einspielern oder sowas, bin ich eigentlich der Einzige, der bei Hard, aber fair immer mehr denkt, von Jahr zu Jahr, dass Frank Plasberg immer weiter mehr nach rechts rutscht? Ich weiß es nicht. Echt's? Nee, dann bist du der Einzige. Er sagt aber auf jeden Fall, komm ich gleich darauf zurück, äh, verspreche ich Ihnen, komm ich gleich darauf zurück, nur mal ganz kurz will ich nur mal auf dieses Thema zu sprechen zu kommen, und dann kommt der Gott doch nicht auf das Thema wieder zurück nachher. Das könnte ich sein, dann würde ich auch sein. Ich verspreche Ihnen, ich komme ganz nachher gleich wieder darauf zurück, nur ich möchte nochmal ein anderes Thema anschneiden. Ich spiel mal ganz kurz was ein. Genau, also wir fangen an mit Feedback auf YouTube, auf Funfair-Blog, wo der Podcast ebenfalls hochgeladen wurde, da haben einige Leute kommentiert, ähm, für die, für die Statistik, 14 mal Like und 6 mal Dislike, 292 Aufrufe stand heute, was haben wir heute, den zweiten Sechsten, ähm, da schreibt zum Beispiel, bitte? Wie viel hast du gesagt, sorry, wie viel? Was? Aufrufe, wie viel waren das? Äh, 292. Lohnt sich das überhaupt noch, dass wir das weitermachen? Natürlich lohnt sich das. Ja, das Hochland ist ja überhaupt kein Ding. Ja, ich habe 172 und, äh, bei Anchor sind's, äh, ja, fast 250. Also, das muss man alles immer zusammenrechnen. Jaja, ähm, genau, da schreibt zum Beispiel der Michael Schrumpf, äh, wie immer, genial, der Podcast, danke für die schönen Stunden, endlich könnt ihr wieder in die Freizeitparks, braucht dringend, dringend Input, hab alle Videos mittlerweile durch, von, achso, hab alle mittlerweile durch, von allen großen deutschen YouTubern, die das Thema Freizeitparks und Kirmes bearbeiten. PS. Ich fühle mich gar nicht so groß, ich bin eher klein. Groß. Der kleine, große Mann, der in diesem YouTube-Kasten wohnt. So. Ja. Grüße gehen an Funtime Arena, Kirmes Fanmopol, ME Pictures, FreizeitparkTV, Reitreview, Vivi Bing, Funfairblog, Kirmes Markus, meine Achterbahnwelt, Parktube und alle, die ich vergessen hab. Da waren grad irgendwelche komischen Aussätze, ich weiß nicht. Ach, das ist, da kam der Ben wieder dazwischen, der Racker. Der Racker. Ähm, PS, dieser Text wurde bei beiden Kanälen gepostet und natürlich bei beiden auch geliked. Vielen lieben Dank, ich hab's auch gekriegt. Jetzt fehlt nur noch der Satz. Ja, aber es verdiebt, dass er sich bei allen bedankt, oder? Das ist cool. Es fehlt nur noch der Satz, dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Nein. Vielen lieben Dank, lieber Michael, für die Kommentare, muss man ja sagen, ne? Genau. Dass es sich dann auch Mühe gibt und dann sogar auf allen Kanälen das postet. Dann, Maiko HD schreibt, es freut mich, dass ihr in diesen Zeiten einen Podcast macht. Nice. Liebe Grüße. Dankeschön. Dankeschön für den netten Kommentar. Okay. Dann schreibt noch Taron06, wie immer, mega cool, nun guckt er wieder, achso, nun guckt er wieder Alf, Zonga, Uwaga und Schunke. Schunke. Müssen wir echt mal vielleicht ein paar Tassen machen, oder irgendwie ein Mörsch oder sowas. Petra Wolf, haha, haha, gewältig ist dit. Was heißt das? Gewaltig? Gewaltig ist das? Gewältig ist dit. Gewaltig? Haha, gewältig ist dit. Gesellig. Achso. Gesellig? Ne. Naja, auf jeden Fall. Doch, schön. Dann schreibt Daniel Sauder, guten Morgen, Mittag, Abend. Und neben Zonga und Geisterischka gibt es viele Gründe, diesen Podcast zu hören. Neben Fachwissen und Witz lohnt es sich, das anzuhören. Nebenbei, iTunes-Bewertung wird noch geschrieben. Weiter so. Vielen lieben Dank, lieber Daniel. Dann schreibt Marcel... Danke, danke. Was? Ich hab auch nur fleißig Danke gesagt. Achso, Ruhe. Ruhe im Karton. Jetzt spricht der Papa. Das gibt's gleich. Tschungke. Tschungke hinter den Löffeln, wenn du nicht ruhig bist. So, Marcel. Ginenga. Ne, Ginenga. Ach, Mensch, ich und Aussprache, ne? Es ist echt schlimm mit mir. Hey Lars, war mal wieder richtig witzig. Weiter so echt cool. Jawohl, Tschungke, Zonga und Ohwaga. Dankeschön. Danke, danke, danke. Für ihn gibt's einen Ehrenschungel. Was? Für ihn gibt's einen Ehrenschungel. Ehrenschungel. MR schreibt, hallo ihr beiden Spezies. Bei einer Sache muss ich dir widersprechen. Ben, in Kalkar, das Soft-Eis ist nicht holländisch. Es ist von Luna, Luna Miel, oder ne, Luna Miel, Miel. Einen deutschen Hersteller. Die Familie Ruck-Deschel hat 1958, Inhaber der IREX GmbH, die erste Soft-Eismaschine aus den USA nach Deutschland importiert. Du bekommst dasselbe... Moment, bin doch nicht fertig. Du bekommst dasselbe Eis wie in Kalkar, auch im Movie-Park, Schloss Beck, Safari-Park und, und, und. Ganz Deutschland. Die Cremigkeit hängt immer von der verwendeten Milch ab, die der Betreiber verwendet. Dann hab ich noch einen Vorschlag für die heißen drei. Also, ne, weißt du Bescheid jetzt, ne? So, dann hab ich noch einen Vorschlag für die heißen drei. Aus welcher Bahn möchtet ihr mal evakuiert werden? Weil ich habe gesehen, wie enttäuscht Ben am 15. Dezember bei der ERT war, als wir nur aus dem letzten Zug im Bahnhof bei Taron evakuiert worden sind. Was? Wie? Dann hab ich dich ja schon mal gesehen. Wirst du mit ihm gefahren? Dann hab ich ihn ja schon mal gesehen. Ja, MR. Ja, 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 weiß ich ja nicht. So, MR kann ja alles sein. Ja. Wusst ich nicht, aber ja, cool. Wusst ich dich doch daran erinnern. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß noch vage, dass ich mich mit jemandem dann noch unterhalten hab, danach kurz. Ich weiß jetzt aber nicht, ob du das gewesen bist, aber könnte ja jetzt sein. Aber, ja, sei mir nicht böse, ich weiß, ich bin schon alt, ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ich hab zu viel cremige Milch geschlürft. Ich liebe euch jetzt voll Bock auf dem Socken-Eis. Ich hab das Wort. Egal. Äh, ich möchte, achso gut, ich möchte mal eure Meinung hören zu Halloween. Denn, ich denke mal, Corona wird uns noch ein bisschen länger begleiten, ob da überhaupt was geht. Schwierig. Halloween jetzt? Boah. Ich glaub, das wird dieses Jahr anders. Also, wenn man jetzt schon sieht, dass alle Shows abgesagt wurden und so weiteres, glaub ich nicht. Dass, äh, mit so vielen Charaktern auf der Straße da rumgehampelt wird. Glaub ich auch nicht. Und, äh, in engen Räumen durch Scare Sons kann ich mir auch nicht vorstellen. Es sei denn, so wie es jetzt aussieht, dass halt immer weiter, es immer weiter zurückgeht mit den Corona-Fällen. Es könnte natürlich bis dahin sich was tun, aber natürlich muss was auch vorher wieder aufbereitet und vorbereitet werden. Ähm, ja, das ist halt, kann man doch nicht abschätzen, würde ich sagen, ne? Ne, aber ich denke schon eher, dass wir dann ins Wasser fallen. Also, so, Halloween, wie wir es kennen, weil, wie gesagt, das muss man ja planen. Es gibt, du weißt doch noch gar nicht, was was ist. Du kannst ja gar nicht richtig planen, zu den Zeiten. Dieses Jahr gibt's nur was auch. Mhm. Also, ich denke eher nicht, obwohl ich ja, wie gesagt, ich liebe ja Halloween, wie wir alle wissen. Aber, äh, ich glaube, dieses Jahr können wir das knicken. Ja. Ähm, wagt euch nicht, nur noch alle 14 Tage einen Podcast zu machen, sonst schreibe ich keine Kommentare und zähle keine Songgas mehr. Ja, also die Idee, nur noch alle 14 Tage was aufnehmen, finde ich einen geistriger Totalschaden. Ach nee, jetzt geht das schon wieder los. Geistiger. Naja, sag ich doch schon wieder falsch. Geistiger, Totalschaden. Also, macht keinen Mist. Moment. Geistigen, Totalschaden heißt. Jaja. Also, macht keinen Mist. Äh, wir alle möchten noch mehr davon. War ein langer Kommentar. Die alle, die ganzen 200 Leute. Vielen lieben Dank, lieber MR, für dein ausführliches, äh, Statement. Auf jeden Fall. Danke, danke. Gibt sich da Mühe. Ja, so bin ich noch kurz. Kurz Stellung nehmen, zu den, äh, 14 Tagen. Oder zwei Minuten. Ja, Herr Blasberg. Ja, genau. Nee, also, geht uns ja beiden was an. Also, wir versuchen, das ist jetzt, glaube ich, noch ein bisschen weiter, aber ich merke halt schon, also, hätte ich jetzt nicht, äh, mit meinem Laptop schneiden können, was ich jetzt auch tun kann, yeah, ähm, wäre es halt schon wirklich, wirklich kriminell gewesen, ähm, überhaupt diese Woche dann auch aufnehmen zu können. Äh, das liegt halt wirklich daran, äh, wenn wir für YouTube komplett unterwegs sind, so wie es normalerweise ist, äh, dann haben wir dafür absolut zu wenig Zeit, das wöchentlich zu machen. Genau. Das war ja auch eigentlich erst mal geplant, als wir mit der Idee angekommen sind oder wir da überlegt haben, das einmal monatlich zu machen. Dann haben wir gesagt, ach komm, einmal monatlich, äh, bringt das nicht. Äh, dann machen wir, äh, alle zwei Wochen. Und jetzt in der Corona-Zeit ist es halt so, dass wir gesagt haben, ja, weil ja nicht mehr zu tun ist oder nicht viel, dann schaffen wir das pro Woche. So, bei mir geht das Pensum jetzt aber auch wieder nach oben. Und, ähm, deswegen, ja, wir müssen gucken, wie es halt, wie es halt läuft, ob wir es halt so weiter noch, äh, schaffen. Aber, also, eins können wir auf jeden Fall sagen, ich glaube, beide Seiten. Also, aufhören erst nächsten Monat. Nein, Quatsch. Aufhören tun wir auf jeden Fall nicht. So. Im Winter sind wir wieder da. Ja, genau. In der Off-Season. In der Off-Season. Sehr in der Off-Season. Genau. Nee, genau, kann ich nur noch so unterschreiben. Ähm. Ich darf mal kurz Vertragsbuch vorgehen. Ich habe irgendwie Nikotinmangel. Ja, mach mal. Äh, Coolout84, das ist ja der Marco. Hey Lars, es hat vielleicht nicht nur mit dem Podcast zu tun, aber du bist eindeutig schuld, dass ich mir in der letzten Zeit wieder einige Folgen von Ein Käfig voller Helden angeschaut habe. Der Tisha war natürlich auch dabei. Hey, viele Grüße aus Osnabrück. Von Marco. Ja, das ist doch gut, dass ich dich da mal ein bisschen animiert habe, Ein Käfig voller Helden zu schauen. Ja. Das sind die richtige, richtige Influencer. So. Richtig. Sehr, sehr cool. Nee, muss man, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wie gesagt, ist Geschmackssache, Ein Käfig voller Helden, aber ich finde es witzig. Das ist wie früher immer auf KB1, ne? Richtig schöne Goodschool-Serie. Hast du das schon mal gesehen? Ja, aber KB1 lief das früher immer. Ja, genau. Genau, genau. Ich hab's immer weggeschaltet. Ja, du Kunstbanause. Ja, ähm, dann wollte ich noch mal ganz kurz, äh, Apple Podcast haben wir auch, ähm, drei neue Bewertungen bekommen. Ich komm da gar nicht drauf gerade. Nee, macht doch nichts, ich bin da drauf. Ähm. Deswegen wahrscheinlich. Immer nur einmal. Genau, weil es ist jetzt momentan besetzt. Ha, ha, ha. Ähm, und zwar Cry, nee, warte mal, warte mal, am 28. haben wir das nicht schon, wann war denn das? Wann nehmen wir denn auf? Nee, warte mal, 28. äh, wann war denn das? Ach nee, dann haben wir das doch gar nicht gesagt. Ähm, Cry, nee, Cyrus Huber schrieb am 28.05. Erstmal fünf Sterne haben wir bekommen. Und beste Podcast. Uwaga. Ah, ha, 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 ha. Vielen lieben Dank, lieber Cyrus Huber. Und dann noch Los Danielos 84. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bestimmt nicht. Auch am 28.05. Auch fünf Sterne und toller, unterhaltsamer Podcast. Zonga, jawoll. Vielen lieben Dank. Und dann nochmal Daniel... Was? Danke, danke, habe ich nur gesagt. Ach ja, Entschuldigung. Und dann nochmal Daniel Sauder. Am 1.06.2020 auch fünf Sterne und guter und unterhaltsamer Podcast. Neben Zonga und Geisterischka ist dieser Podcast eine gute Abwechslung zu normalen Podcast. Die beiden Initiatoren geben sich viel Mühe, neben Freizeitthemen auch mal ganz normaler Trash. Tratsch steht da. Jetzt lese ich da schon Tratsch. Tratsch. Aus dem allgemeinen Leben. Vielen lieben Dank, Daniel. Dankeschön. Auch für die anderen. Wir sind erst mit dich nochmal. Dankeschön dafür. Was? Wir haben jetzt insgesamt 4,7 von möglichen fünf Sternen, haben insgesamt 20 Bewertungen. Da geht auch was. Ja. Also, wenn ihr Lust habt, auch mal in den Podcast zu landen. Ihr Snobs mit euren iPhones. Bitte? Ihr Snobs mit euren iPhones. Gebt uns 5 Sterne. Hoppla. 5 Sterne sind besser als 4 Sterne. Ich habe auch ein iPhone übrigens. Ja, dann schreibt doch auch mal 5 Sterne und schreibt doch unter der Geisterischka. Ich schreibt doch unter der Typ, der immer so viel labert, der gefällt mir. Oh Gott. Es grüßt Uwaga. Das Uwaga-Tier. Genau. So, jetzt bist du dran mit Feedback. Ja. Okay, okay. Ich habe einmal auch von Kulot noch eine Nachricht. Bei mir steht diesmal was anderes wie bei dir. Danke für bereits zwölf Folgen. Beste Podcast-Unterhaltung. Auch mal abseits von Kirmes und Freizeitparks und mit wenig rotem Faden. Das ist genau wieder sowas. Wir sind einfach, wir haben keinen roten Faden, Lars. Brauchst du nicht. Im Lebenslauf habe ich auch keinen roten Faden. Ja, ich verstehe das gar nicht. Übrigens, ich mag richtig gerne Apfelkuchen. Habe ich das schon mal erzählt. Du magst Apfelkuchen? Am besten mit, ja, mit Rosinen drin. So, gedeckter Apfel. Oh, lecker. Oh ne, dann lass mal die Rosinen raus, alle. Doch, doch, doch. Nee. Und ich fahre gerne Fahrrad durch den Wald. Echt? Aber nur wenn es abwärts geht, ne? Ja, aber ich weiß nicht, was... Ich fahre gerne Schlitten. Schlitten? Mhm. Hinten auf dem Kofferraum? Ja, an der Tankstelle. Ja, also den Schlitten, den mache ich, ja, da tue ich immer die Reifen an der Tankstelle aufpumpen. Ne, ne, die sind ja nur Sommer. Ach so. Ja. Aber Eichhörnchen haben auch ein schönes Fell. Eichhörnchen haben echt ein schönes Fell. Ja, aber momentan nur Kette, ne? Ja, aber wenn, dann ordentlich. Ja, aber die brennt. Aber nur Paterre. Was? Paterre nur. Ja, ja. Ansonsten fliegt doch der Lappen durch den Heizungskeller. Nein, Backbord, meine Fresse. Nee, nur mit Rosinen, das Müsli. Ja, schön. Definitiv Rosinen und Müsli und darauf noch eine Kugel Eis. Bad Schwartau. Kennst du? Da gibt's... Ah, da gibt's doch das Fischfilet, ne? Von Dr. Oetker. Was? Fischfilet? Ja. Müsli und Fischfilet? Mit Butter. Mhm. Von Schwartauwerke. Von der, von der, wie heißt die Mühle nochmal? Rückenweiler Mühle. Ne, die ist ganz woanders. Ganz, ganz, ganz mal ehrlich. Leute, die Vegetarier sind, ja, und sagen, äh, dass vegane, der vegane aufsteht, von der Rückenweiler Mühle, schmeckt mir besonders, kann ich nicht verstehen. Also man ist ja eigentlich Veganer, weil, oder Vegetarier, was auch immer man isst, weil man die Fleischkonzerne nicht unterstützen mag, damit die weniger produzieren. Wenn die jetzt aber bei einem Fleischproduzenten vegane Produkte kaufen, überlegt mal, ob das so klug ist. Ha, verarscht. Weiß ich nicht, ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich, äh, ist da dasselbe drin und ist nur teurer. Ja. Also, kurzum, äh, lieber Marco, ich weiß nicht, was du meinst, dass wir irgendwie immer den roten Faden verlieren. So. Freut mich schon auf viele weitere Folgen und bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, wo auch mal wieder aktuell von Freizeitparks berichtet werden kann. So, ja. Es wird wahrscheinlich heute, Lars, ich hab das Gefühl, hast du heute noch ein bisschen Zeit. Ich glaub, es wird heute eine legendäre, lange Ausgabe. Wir haben noch ein bisschen auf der Uhr und wir haben schon über eine Stunde zwanzig. Ja, schön. Oh, komm, wer sich freut. Äh, Kleid, oh, ich muss jetzt gucken, ob ich das richtig ausspreche. Kleid, Trombone, Männers, beste Unterhaltung, was ich total mega finde. Mega, Carina! Was ich total mega finde, ist das Mäggeln auf sehr Home-Niveau. Weidermachen! Jawohl, ich bin gedacht, du. Zonger steht nicht, aber trotzdem. Dankeschön. Grüße hier noch aus an Carina. Carina! Äh, Michael Schrumpf, hast du ja schon vorgelesen. Manuel hat geschrieben, bester Podcast-Kanal ever. Macht weiter so. Dankeschön. Dankeschön. Top Volvo, Top Volvo, hat das was mit dir zu tun? Nee, ich glaube nicht. Ich habe ja letztens, ich glaube letzte Woche nochmal das Video angeguckt vom Volvo mit dem Spritzschlauch, Benzinschlauch. Kraftstoffleitung. Kraftstoffleitung, genau. Hast du dir schon so oft angeguckt? Ja, ich finde es aber immer wieder lustig. Ich habe dich noch nie so aufgeregt gesehen. Du bist doch sonst immer die Ruhe in Person. Naja, geil. Äh, Top Volvo sagt, richtig super, das nächste Mal macht ihr die drei Stunden voll. Hm, vielleicht auch schon heute. Stefan Arnold sagt noch, im Torvaland haben die Mitarbeiter Stangen mit einem S-förmigen Haken, wo die normalen, wo die nochmal die Bügel mit kontrollieren. Finde ich ganz gut. Finde ich auch gut. Sieht aber bestimmt sehr lustig aus. Ist mal was anderes. Habe ich auch drunter geschrieben. Mit einem Wischmock. Ja, ein Wischmock. Black Ball Stars Gaming sagt, echt nicer Podcast. Danke du. Dankeschön. 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 Great Picture. Und Great Picture. Great Emmy Picture TV. Hört man gar nichts mehr von, ne? Nee. Also dieses komische Gepiepe, das Geräusch, was er eben bei diesen Aufzählungen dieser Kanäle war, das war, glaube ich, ein bisschen zeitversetzt. Also Emmy Pictures habt ihr hoffentlich noch verstanden. Das war nämlich nicht gerauscht. Da hat Dix gepiept. Das war, grüße gehen raus nochmal, Markus. So. Ja, Michael Willems hat geschrieben, war wie immer mal wieder sehr unterhaltsam, äh, unterhaltsam. Ich kann, ich habe eine Folge. Unterhaltsam. Du musst den, das ist ja der Kommentar, du musst den Lars mal öfter aus der Reserve locken. Wenn er will, kann er ja auch reden wie ein Wasserfall. Ich bin vielleicht nicht so interessant, dass er redet, er hat immer nur einen Wasserfall, wenn er bei einem Schausteller ist oder bei IMAX Core oder bei McRides oder so. Deswegen. Ich will aber nicht. Ich bin nicht. Lass mich in Ruhe. Reicht schon, wenn ich hier jede Woche in zwei Stunden mit dir verbringen muss. Nee, alles gut. Ich finde, ihr solltet nochmal über die Geräusche nachdenken. Denn das, was Lars zum Thema Taron zweiter Launch abgeliefert hat, ging ja gar nicht. Nicht. Also, das war auch, das war auch falsch. Ja, das war auch falsch. Ist kaputt. Ich finde, ich kenne die Kette eh besser. Beschwarze. Klasse finde ich, wenn man die Zuschauer auch fordern würde, Geräusche zu schicken und dann die Besten zur Verfügung stellt. Ich will das unbedingt als WhatsApp tun. Oder, und dann hört es auf. Ja, das kann man ja auch eigentlich, ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendwas zustande kommt. Aber, falls ihr ein mobiles Endgerät habt und WhatsApp habt, äh, ganz wahr, das könnt ihr haben, interessiert mich aber nicht. Wenn ihr Facebook habt und den Facebook Messenger, dann könnt ihr uns Nachrichten schenken. Dann könnt ihr uns solche Nachrichten schenken, nein, also Sprachnachrichten schenken, hatten wir jetzt, kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben nämlich wieder eine Einsetzung bekommen, aber jetzt schon mal, ihr könnt gerne euer liebstes Fahrgeschäft oder Geräusche von der Kirmes oder vom Freizeitpark gerne nachmachen. Dann, so kurios wie möglich, könnt ihr das gerne auch, ähm, total anonym machen. Geht natürlich nicht, ich Idiot, weil ihr es mit eurem Facebook Account ja schickt. Nee, wir müssen jetzt ja nicht sagen, wer das war. Genau. Pass auf, ihr könnt das, wir sagen, wir schicken das einfach alles hintereinander. Ja, genau. Also, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht, pass auf, ihr könnt ihr ein Geräusch schicken und wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht, dass der Account genannt wird, dann schreibt das einfach mit dazu. Oder wir senden es einfach genauso, wie die Sprachnachricht lang ist und könnte man ja auch sagen, hallo, ich bin der Hansi aus Südtirol und ich mach euch heute mal, äh, die Quetschbremse vom Musikexpress. Nee, 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 wir müssen das erraten, das ist doch witzig, pass auf, äh, die schicken uns ein Geräusch und wir müssen erraten, was das ist. Ja, aber wir wissen doch das, weil wir sehen doch die Nachricht schon und wenn da steht, ja, das ist jetzt, äh, weiß ich nicht, Episailor, dann ist er doch doch. Nee, er muss das ja nicht dazuschreiben oder nicht dazusagen, sondern einfach ein Geräusch und schickt uns das. Ja, aber wie soll man das denn erraten, ob das richtig oder, das steht doch gar nicht. Ja, aber das funktioniert doch nicht, dann raten wir doch ins Blaue. Die Auflösung fehlt doch dann. Ja, die kann er ja nach dem Podcast schicken, der hört den Podcast und kann... Ach du Scheiße, das ist ja viel zu kompliziert, schicken uns einfach eure Geräusche. Hallo, ich bin der Paul, ich knifze ja gerade auf den Klo und hab Bohnen gejessen. Was ist das? Das Geräusch mache ich gerade nach. Ja, was ist das? Buhlkäfer. Limit. Nee, stimmt gar nicht. Biglup. Macht einfach erstmal so, wie ihr wollt, ähm, entweder als, ja. Ja, aber ich fände es einfach lustiger, wenn wir das einfach so komplett hintereinander wegschneiden, ohne was zu sagen, einfach als Vorspann oder als Outro oder so. Ja. Schickt, schickt uns einfach eure Geräusche, es kann selten dämlich sein, macht nix, wir machen uns ja auch jede Woche für, für euch zum Horst singen, können wir uns auch mal ein bisschen was zurückgeben. Also, nicht nur Kommentare schreiben, was wollen wir eigentlich als Kommentare schreiben, Likes, Sternchen bei Apple, äh, also wenn ihr kein Apple habt, dann kauft euch bitte noch ein neues iPhone. Link in der Videobeschreibung. Das geht aber auch nur mit dem teuren Pro, also, und Pro Max, mit dem normalen Billigen von den alten Versionen geht das nicht. Nee, nee, ihr braucht dazu auch noch ein Original-Kabel. Ja, ja, ja. Das originale Rode-Mikofon braucht ihr auch noch dazu. Nur damit geht das. Ja, aber dann schickt uns einfach mal eure Geräusche, wir sammeln die, ähm, wie gesagt, ihr könnt das auch über Anchor machen, wenn ihr da auf der Seite seid und, äh, angemeldet seid, dann könnt ihr uns auch was schicken, aber das Einfachste ist wirklich über die Facebook-Seite von Stahl und Holz, da einfach eine Sprachnachricht einfach schicken und dann geht ab die Luzi. Genau. Oder über Instagram geht ja auch, ne, Stahl und Holz Instagram. Ja, genau. Instagram geht auch. Das geht genauso. Hast du schon gesehen, dass jetzt Instagram-Nachrichten über Facebook landen? Ja, das weiß ich schon. Ja, das weiß ich schon. Das ist ja pervers. Und, äh, am Ende, dann, letztes Mal war es auch so, der letzte Kommentar war der dümmste Kommentar. Äh, jetzt auch wieder. Das ist doch kein dumm Kommentar. Also, ich glaube, ich glaube, doch, doch. Also, so wie es geschrieben ist. Also, erst mal Indiz 1. Es ist alles groß geschrieben. Zweitens, die Sätze machen keinen Sinn. Drittens sind total viele Fehler drin. Fünf. Wo war ich? Egal. Eine andere Zahl. Ähm, es ist wieder jemand, den man überhaupt nicht kann, erkennt, weil der neu ist. Diese ganzen Indizen sprechen dafür, dass es wieder der Drachidalt-Spacko ist. Ich lese es trotzdem vor. Soll ich das genauso reden wie der? Oh, ja. Ich kenne den gar nicht. Also, hi Ben, dies ist Video voll langweilig. Kannst du bitte mal, ich muss das eigentlich schreien, weil das ist ja alles groß geschrieben. Hi Ben, dies Video ist voll langweilig. Kannst du bitte mal ein Video von Phantasand oder Kirmes auf YouTube mal machen? Okay, MFG Mike. Mike, MFG mit behinderten Grüßen. Ähm, ja. Also. Ich so lieber, Gott. Ja. Also, ich weiß nicht, warum du das jetzt... Mike, doch mal, ist lustig. Ich habe zwei Stunden mit dem Bekloppten aus Lübeck vor dem Mikrofon gesessen. Und jetzt sagst du, dass du sagst mal, meine ganze Zeit, meine Nerven gehen rauf wegen der Scheiße. Ja, vor allen Dingen ja sein Geld, was viele nicht wissen. Ich bin ganz schön teuer. Ja. Aber nicht, dass man das, wenn das kostenlos hier bekommt. Wollen wir jetzt für die ganzen Spenden hingehen, hör mal. 3000 Euro. Eben. Und vor allem heißt der Herr Wacken-Fan 2020. Kannst du mal ein Video machen von Drachigidalt auf Wacken mit Filmen? Ja, da waren viele Namen. Mal ein Video von Phantas... Es gibt ja gar keine Videos von Phantasialand auf dem Kanal. Oder von der Kirmes. Und seitdem, wo du das geschrieben hast, das war vor vier Tagen, da hatte erstens noch keine Kirmes auf. Und zweitens auch noch nicht das Phantasialand auf. Und du kannst davon ausgehen, dass, wenn ich irgendwas langweiliges mache, dann nur für dich. Und das nächste Video von Phantasialand ist das langweiligste, was du komplett auf YouTube findest. Nur für dich. Schreib da drunter einfach mal Antwort oder einfach mit Great Picture. Vor allem reg ich mich jetzt so eine Scheiße, der hört sich das gar nicht an so lange. Weil er findet es eh langweilig. Great Audio. Great Audio. Nein, ich finde das witzig. Ich reg dich ja gar nicht drüber auf. Aber ich weiß, dass es der Herr Drachigidalt ist. Und du kannst so viele Namen geben, wie du willst. Ich bin Sherlock Drachigidalt. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ich weiß, wo Drachigidalt steht. Und ich weiß, wann ein neuer Film kommt. Never, ever, 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 ever. Soviel dazu. Dankeschön für eure lieben Nachrichten. Außer Herr Wacken. Der kann sich mal hinsetzen und eine Runde schämen. Die stille Treppe von Sabrina. Wie heißt sie? Die Frau Salfrank. Wird wieder aus dem Keller geholt. So. Ja, das war das, was wir bei YouTube bei Phanta im Arena hatten. Und jetzt haben wir noch eine weitere Nachricht. Stimmt. Als Audio wieder. Also das können wir natürlich auch machen. Wir sind immer dafür, gerne zu haben, dass ihr euch auch selber im Podcast beteiligt. Und eure Fragen, Ausführungen uns per Audio dazukommen lasst. Das hatten wir jetzt in den letzten drei Folgen immer wieder. Finde ich super. Belebt das Ganze auch mal. Deswegen habt keine Angst. Scheut euch nicht. Macht das Gleiche, wie Basti jetzt gemacht hat. Denn Basti war im Heidepark und hat darüber in dem Audio-File berichtet. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an, oder? Würde ich auch sagen. Nun geht er wieder ab. Ja. Jo, moin Ben und moin Lars. Ich bin ein treuer Hörer mittlerweile eures Podcasts und wollte mich mal bedanken, dass ihr die Kirmes und Freizeitlose oder Freizeitparklose Zeit so gut überbrückt habt für uns alle. Ich muss sagen, ich war mit meiner Familie das erste Mal im Heidepark dieses Jahr. Und kann dazu eigentlich nur sagen, dass das da eigentlich alles recht gut organisiert und durchdacht ist. Wobei ich natürlich sagen muss, heute war am Freitag, da ist wahrscheinlich so viel los wie am Wochenende. Aber dadurch, dass man halt online die Tickets sich vorher holen muss und dann vorher schon vor dem Eingang in so gewisse Wartebereiche eingeteilt wird, ist da schon mal wenig Kontakt eigentlich untereinander zu anderen Gästen gegeben. In den Attraktionen selber auch, in den Wartebereichen ist dann, wie man es mittlerweile kennt, halt Maskenpflicht. Eine Unterbrechung halt mit den Strichen von 1,50 Meter im Wartebereich. Die Mitarbeiter achten peinlich genau darauf, dass im Wartebereich die Masken getragen werden und die Abstände eingehalten werden. Weisen die Leute darauf hin, wenn das mal nicht passiert. Im Bahnhof selber werden die Züge halt nach jeder Fahrt, werden die Griffe desinfiziert und abgewischt. Und je nach Zug oder je nach Attraktion, zum Beispiel Flug der Dämonen, ist ja von Reihe zu Reihe schon mal 1,50 Meter Abstand. Da können dann jede Reihe besetzt werden. Aber zum Beispiel im Desert Race, da ist dann halt nur jede zweite Reihe besetzt aufgrund der Abstände. Das geht natürlich zulasten der Kapazität, aber gut, das ist dann die Frage, wie viele Besucher generell im Park gelassen werden und wie viele Züge man halt einsetzt. Aber alles in allem war es ein cooler Tag. Hat Spaß gemacht, mal wieder auf der Achterbahn zu sein. Ja, soweit von mir. Gruß aus Bremen, euer Basti. Da sind wir wieder. Ja, vielen lieben Dank erstmal für die lobenen Worte, lieber Basti. Schön, dass du uns so lange schon verfolgst und die ganzen Podcast-Folgen hörst. Freut uns sehr. Und ja, hört sich auf jeden Fall an. Viel Spaß im Heidepark und dass die das dann gut im Griff haben. Ja, vielen lieben Dank. Er hat auch, glaube ich, geschrieben noch, dass Kolossus seit Freitag, letzte Woche Freitag wieder fährt. Hat er mir noch irgendwie geschrieben. Ja, aber da siehst du, da ging ja einiges ab, ne? Da hat der Alf richtig viel Spaß gehabt, ja. Der Alf. Der Alf. Da ging der Alf mal richtig ab. Ja. Ja, also. Hört sich wirklich gut an. Das einzige Manko, was ich wirklich beim Heidepark finde, ist das mit dieser Gebühr für Jahresgartenbesitzer. Ja, ein Euro, ne? Das ist, aber jeder macht das irgendwie anders. Aber das heißt ja nicht, dass man dann sich da den ganzen Tag ärgert, weil man jetzt ein Euro bezahlt hat. Ich meine, man hat ja trotzdem mit der Familie oder mit den Freunden einen Spaß. Und ja, das hatte Basti auf jeden Fall. Danke nochmal für deinen Einspieler. Ja. Und, äh, wenn ihr mehr hören wollt von solchen Einspielern, dann traut euch selber und schickt gerne selber was ein. Wie gesagt, da auch über Facebook oder Instagram. Da hast du ja nicht noch irgendwas gefragt. Ich hab dir das jetzt, äh, ich war grad noch ein, äh, Getränk holen. Wie? Ne, ne, du hast es doch grad gehört. Ja, hatte ich auch, äh. Ich wollte nur mal sicher gehen, ob du nicht doch noch irgendwie eine andere Sparenheit hattest, oder? Ne, alles gut. Das Bier, das wirkt. Ah, Mann, ey, dieses Guinness. Bäh, total. Also, ich glaub, sie wird es nicht nochmal kaufen, ey, geschmeckt mir das nicht so. Ne, das ist, da muss man auch einen Geschmack für haben. Ich hatte jetzt am Wochenende ein Bier aus, wo war das denn jetzt her? Ja, aus Island und isländisches, äh, äh, PED-L. PED-L? Im Kronasar. Das war auch leicht lakritzig, lecker, spritzig. Leicht lakritzig, lecker, spritzig. Ein guter Werbespruch. Lakritzig, lecker, spritzig. Hey. Zischig. Das macht Zisch. Ja, cool. Dann, äh, gehen wir zum nächsten Thema rüber, wa? Was macht der denn da jetzt wieder? Ich hab grad eine Nachricht bekommen, die vielleicht nochmal ganz kurz interessant ist. Äh, meine Achterbahnwelt, äh, grüß ich Ihnen raus an Nathalie, ähm, die wollten oder wollen einen Moviepark besuchen und, ähm, die haben eine Slakaren-Jahreskarte und, ähm, Schlaghaken, Entschuldigung, ich spreche den Park immer falsch aus. Es heißt Schlaghaken. Schlaghaken. Attraction. Park Sarkaren. Und die haben ja die Info rausgegeben, äh, Sarkaren hat die Info rausgegeben, dass man mit der Jahreskarte von Sarkaren auch alle Partnerparks der Gruppe besuchen darf. Also, Bobby an Land, Belantis, Moviepark. Jetzt hat, äh, Nathalie geschrieben in der Story, grad eben oder irgendwann, äh, dass wir es versucht haben, äh, mit der Slakaren-Jahreskarte eine Reservierung vorzunehmen, dass es aber entgegen der Aussage von dem Park Schlaghaken aktuell im Moviepark nicht möglich ist. Ah ja, geht also nicht. Geht nicht. Aber jetzt gleich hat, glaub ich, auch Marco schon gesagt, ähm, Kulot, der wollte nämlich auch da mit rein. Ich hab aber erst gedacht, das ist halt nur an dem einen Tag nicht möglich gewesen. Ja. Äh. Äh, also wie so. Wie gut, dass ich mich für die, äh, äh, Moviepark-Jahreskarte entschieden habe. Nicht Hansapark? Nicht Slakaren. Hansapark hab ich auch. Achso. Hm, kostenlos parken kann ich da, aber sonst nicht mehr. Ja, jetzt kannst du da auch kostenlos parken. Ist doch zu. Alter, ich hab Bock auf eine Fischfrikadelle aus dem Hansapark. Oh, Fischfrikadelle. Muss ich mich jetzt dran erinnern? Warte mal, am Mittwoch kommt, glaub ich, der Fischmarkt wieder. Äh, nee, der Fischmarkt, sag ich schon. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt jetzt zu den Corona-Zeiten, ob sie da ist, auf dem Edeka-Parkplatz. Normalerweise kommt sie immer am Mittwoch. Die Frau mit dem Fisch. Ja, mit dem, das Fischauto. Hm. Dann wird eine Woche wieder nicht gewaschen und dann wird, dann wird der Fischladen aufgemacht. Jawoll. Immer her damit. Hauptsache, ich krieg meine Fischfrikadellen wieder. Ich komm mal zwischen den Tagen vorbei. Dann sagt sie, guck mal, da kommt der kleine Lars wieder. Und die erste Fischfrikadelle, die ist, musste er immer sofort gleich aufessen. Und die anderen packte ich in die Tüte. Ist das nicht die Frau, die Frau an der, äh, an der Bude mit dem, äh, mit der Muschel auf dem Oberschenkel tätowiert? Was? Mit der Muschel? Ist das nicht? Nee, da steht Fisch drauf. Äh, da gibt's doch die Frau, da bei euch in Lübeck, die hat doch so, vom Fischladen, die hat so eine Muschel auf dem Oberschenkel tätowiert. Und meistens sagt die immer ein kurzes Röckchen an. Und wenn Sommer ist, dann sagt die immer, komm, leg mal dein, 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 dein Ohr auf meine Muschel, dann kannst du das, äh, kannst du das mehr riechen. Wir haben nur mehr Jungfrauen hier oben. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Verstehen Sie? Ach, verstehen Sie? Ja. Aber war witzig, war witzig, äh, wenn es nicht witzig war, ein Like bitte. Danke. Oh, bitte. Liken, Scheren, Teilen, juhu. Ja, ja, ja. So. Wo sind die Chemist-Friends da draußen? Jö, jö, jö. Ich will von euch ein Jeeha hören. Egal, wo ihr jetzt seid, in den Podcasts. Ich stelle mir vor, jetzt gleich ein Bus. Jeeha. Ich will eure Hände sehen. Put your hands up in the air. Ja. Ja, klar. And you just don't care. Jawohl, woll, woll. Das ist die Kette. Ich bin der Kette. It's number one. Wie heißt das? Ich sag dir mal, it's number one. Sagt der das? Was? Sagt der das? Nicht immer, it's number one? Mhm. Stimmt. Oder was sagt der da? One. anderen. Attituation. Schnell, mach das mal mit Attraktion. Mach das mal mit Attraktion. Atraktion. Nee, Attraktion, einfach. Oh Gott. In Atraktionpark. Schlaghagen. Pfonga. Schlaghagen. Ja, super. Auch für euch lieben Liebhaber, geliebene Liebhaber des reisenden Schaustellers. Volkes. Für euch gibt es gute Nachrichten. Wenn es in NRW. Schon wieder so weit weg. Ja, du musst das ziehen. Es geht los. Es geht langsam los. Es wird wieder Kirmeszeit. Unter dem wir hatten letztens schon drüber gesprochen. Unter dem Decknamen Temporärer Freizeitpark oder Pop-Up Freizeitpark. Das ist ein neuer Begriff. Pop-Up Freizeitpark. Wird es in diesem Jahr in Dortmund und in Düsseldorf zwei temporäre Freizeitparks geben, die aus Kirmesattraktionen bestehen. Schausteller stellen da ihre Kirmesfahrgeschäfte hin und können endlich wieder Einnahmen hoffentlich bald dann auch verbuchen. In Dortmund und in Düsseldorf ist es jetzt soweit. Von Dortmund hat man schon länger gehört, aber jetzt ist es auch offiziell. Und da wollte ich noch mit dir ein bisschen drüber quatschen und aber auch ein bisschen Infos darüber geben, was es denn wie, wo, wann gibt. Ja. Cool, ne? Ja. Ja. Sollen wir anfangen mit Dortmund? Ja, ja, wollen wir. Dortmund. Okay. Dortmund. Ähm, der Pop-Up-Freizeitpark in Dortmund, äh, wird Fandomio heißen. Äh, also, man muss mal kurz sagen, es ist ja momentan nicht erlaubt, Kirmesplätze, Kirmesvolksfesse stattfinden zu lassen, weil man da auch nicht, ähm, ja, abschätzen kann, wie viele Leute da am Tag wohl irgendwie dann hinkommen. und dann ist die Kapazität irgendwie reich und dann geht das halt nicht und, äh, dann hätte man halt zu viele Leute an einem Platz. Um das aber wiederum, ähm, in den Griff zu bekommen, könnte man ja um eine Kirmes einen Zaun drumrum ziehen und einen Eingang machen, wo man dann praktisch die Leute zählt, die halt reinkommen beziehungsweise dann auf dem Platz sind. Das kann man natürlich dann machen mit Tickets, die man vorher verkauft, dann hat man die Zahl, wie in den normalen, in den Freizeitparks jetzt auch, wie viele Leute in den Parks sind an dem Tag und so hat man da ein bisschen das Handling für, äh, um das einzudämmen, ne, und dann weiß man, wie viele Leute gerade da sind. Und darum geht's in diesen Pop-Up-Freizeitparks, die sind halt eingekesselt und man muss sich vorher da Karten für besorgen. Äh, wie gesagt, in Dortmund nennt sich das Ganze von Dumio und, äh, das wird rund um das Westfalenstadion am Westfalenpark halt stattfinden und zwar in den Sommerferien in NRW. Die sind vom 29.06. bis zum 11.08. in diesem Jahr und dort wird es unter anderem Attraktionen geben und ich finde, da sind einige bei, äh, also auch größere, gute Attraktionen. Ich nenne jetzt mal ein paar, die ich jetzt gelesen habe, die hier definitiv wahrscheinlich, mal gucken, dabei sind. Hangover, Laserpicks, Twister, Breakdance, Apollo, Konga, XXL-Maus, ein Riesenrad, Schocker, Poseidon, also ist eine Wasserbahn, genau, wahrscheinlich, äh, Voodoo-Jumper und, äh, Twister und 1001 Nacht. Also das ist das, was ich bisher schon gelesen habe. Es kamen immer, äh, jetzt in den letzten Tagen immer mehr Schausteller, die das auch noch bestätigt haben, dass sie auch da stehen. Und das Gute an dem Ganzen in Dortmund ist, dass es halt so eine Art Lunapark ist. Vielleicht kennt ihr ja das Prinzip, vielleicht habt ihr die Videos gesehen aus Schweden, von meiner Tour damals. Äh, Lunapark ist praktisch so, du bezahlst am Eingang oder jetzt online einen Betrag X und kannst dann in dem Lunapark, in dem Freizeitpark alles kostenlos nutzen. Und so ist es in Dortmund auch. Angedacht ist da, dass das Ganze 28 Euro kostet. Man so lange da bleiben kann an dem Tag, wie man will und alle Attraktionen in, äh, diesem Freizeitpark so oft nutzen kann, wie man möchte. Also, mega gut, wie ich finde. Das ist ein Schreck. Mehrfachfahrten bei Kirmes kenne ich eigentlich sonst nur so vom Breaky oder sonst was, aber, äh, ja, jetzt so ein paar Runden Voodoo-Jumper hintereinander zu fahren oder so, finde ich schon ganz cool. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, 28 Euro, ihr könnt so viel fahren, wie ihr wollt. Wie gesagt, am Westfalenstadion findet das statt. Fandomio, F-O-N-D-O-M-I-O .de wäre die E-Mail, äh, die Internetadresse, die aktuell aber noch nicht geschalten ist. Schade, das. Deswegen finde ich die nicht. So. Ja, genau, aber, ähm, wird jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen dann irgendwie mal geschalten werden. Ist gerade noch irgendwie so eine Startseite von Strato. Genau, das ist halt die eine Variante und jetzt kommen wir mal zu den schönen und reichen äh, nach Düsseldorf, denn in Düsseldorf findet in diesem Jahr das Düsselland statt. das praktische Pondor dann zu das Dortmundo von Dumio als Ersatz, vielleicht so gesehen für die Rheinkirmes irgendwie so ein bisschen. Und, äh, da hat man auch überlegt, ja, wo kann man das halt irgendwie machen? Da haben, hat sich, äh, ich glaube, Bruch hat sich da zusammengesetzt auch mit der Stadt Düsseldorf und hat dann gesagt, hey, äh, Messegelände ist eh eingezäunt, dann lass das doch auf dem Düsseldorfer Messegelände machen. Und, ähm, ja, da gibt es dann halt den nächsten Freizeitpark, der ein bisschen anders gegliedert ist oder beziehungsweise ein bisschen andere Regeln hat wie in Dortmund. Und da kommen wir jetzt drauf und dann müssen wir gleich mal, Lars, müsstest du auch mal sagen, was du besser findest und wo da vielleicht Schwierigkeiten sind. Also, in Düsseldorf, wie gesagt, das Düsseldorf, die Internetadresse ist aber schon, ist jetzt, äh, schon online. Düsseldorf.de nennt sich das Ganze. Ähm, da müsst ihr auch eine Eintrittspauschale, ähm, bezahlen. Aber diese Eintrittspauschale ist halt, so steht es auf der Seite, äh, pro Person zu zahlen und, äh, ist für die Organisation, sowie die Hygiene und Sicherheitsmaßnahmen vor Ort, die werden daraus bezahlt. Gibt es zwei Modelle, einmal von Montag bis Freitag, da bezahlt man 8 Euro und am Samstag und Sonntag bezahlt man dann dafür 10 Euro. Und das Ganze findet vom 26. Juni bis zum 26. Juli statt und, äh, man geht davon aus, weil man hofft, dass es sehr gut angenommen wird und dann würde man das sogar noch verlängern und zwar nämlich bis zum 2. August, also noch eine Woche länger, könnte, je nachdem, wie der Besucherandrang ist, das Ganze noch verlängert werden. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, nee, kommen wir erstmal noch zu den Fahrgeschäften, die bisher so bekannt sind. 2, 20 Fahrgeschäfte ungefähr sollen, also 20 Fahrgeschäfte sollen es sein. Äh, es gibt auch schon einen Plan, da steht auch schon eigentlich das meiste drauf. Ich habe ja so Kleinkindersachen jetzt mal weggelassen, aber es gibt, äh, ein Riesenrad, die Alpiner Bahn, einen Kettenflieger, Flipfly, weiß ich gar nicht, was ist, was ist Flipfly, weißt du das? Äh, Flipfly, ist das so ein, so wie, wie, ähm, diese Looping-Karussell da, die ist gut selber so. So ein Looping-Karussell oder so. Man weiß es nicht. Geisterbahn, ein Pferde-Karussell, Breakdance, eine Wasserbahn, welche wissen wir jetzt hier noch nicht, wilde Maus, ein Propeller, Downtown, wusste ich jetzt auch nicht, was ist. Das ist hier, glaube ich, so ein, so ein Fun-Haus, ne? Ja, ist das das? Okay, keine Ahnung. Musik-Express, Viva Kuba, ist auch nochmal ein Fun-Haus, ein Autoscooter, Kinderschleife, ist ein Kinderfahrgeschäft, okay. Polyp, High-Impress, noch ein Laufgeschäft und, ja, Kinder-Karussells, also das ist das, was dann halt Düsseldorf bietet und, ähm, jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die halt anders sind, anders wie in Dortmund, wo man halt einmal bezahlt und dann den ganzen Tag da sein kann, ist es in Düsseldorf so, dass man Timeslots buchen muss und zwar sind diese Timeslots immer zweieinhalb Stunden lang. Das heißt, wenn ihr für acht oder zehn Euro euch eine Ticketpauschale kauft, dann habt ihr das Recht, in einem diesen Timeslots für zweieinhalb Stunden auf diesem Gelände zu sein. Ähm, die festgelegten Einlasszeiten sind dort von 13 bis 16 Uhr oder von 16 bis 19 Uhr und von 19 bis 22 Uhr. Samstag kommt noch ein vierter Slot ab 10 Uhr dazu und wie gesagt, der Aufenthalt ist dann halt für zweieinhalb Stunden oder auf zweieinhalb Stunden beschränkt. 30 Minuten, die halt noch dazwischen halt liegen. Das ist halt dafür, dass die einen Leute dann vom Platz runtergehen und die anderen Leute auf dem Platz halt wieder drauf können. In Düsseldorf genauso wie in Dortmund ist es halt so, dass natürlich Nasemundschutz Pflicht ist. Was aber anders ist in Düsseldorf, ist, dass man halt nochmal für die Preise oder die Fahrgeschäfte selber nochmal zahlen muss. Die Preise sollen wohl extra niedrig gehalten werden. So spricht man davon, dass die Achterbahn zum Beispiel nur 7 Euro kostet. Aber es ist halt anders. Du bezahlst erstmal auf, um den Platz drauf zu kommen und musst dann nochmal für jede einzelne Attraktion selber bezahlen. Dann gibt es neben den Essbuden und den Attraktionen auch nochmal ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Hochseilartistik und einer Motorradstanzshow und Freizeitparkmaskottchen und schnellsten Menschen stehen halt da für Fotos und die ganzen Shows, die es da auf dem Platz gibt, die werden vom Zirkus Merz und Pellini organisiert. Ja, und insgesamt gibt es Investitionskosten bei rund 1,1 Millionen Euro für die Mietkosten für das Gelände, Security, Online-Ticketing und die Hygienemaßnahmen, die sind halt sehr hoch und deswegen begründet man halt diese Gebühr nochmal von diesen 8 oder 10 Euro. So. Zwei unterschiedliche Systeme. Welches bevor es zogst du, Lars? Das erste, muss ich sagen, Dortmund, ne? Ja. Ja, weil es mit den zweieinhalb Stunden ist, boah, bei mir ist es echt knapp. Also, bei mir auch, aber bei dir noch mehr. Also, es gibt wohl irgendwelche Studien, die man da gemacht hat, dass ein normaler Kirmes, normaler Kirmesbesucher zweieinhalb Stunden halt auf dem Platz halt verbringt. Ja, ist ja auch so. Ist ja wahrscheinlich auch so. Die nehmen ja nicht Kirmesfans oder sowas, weil das ist ja nicht der Durchschnitt. Nee, natürlich nicht. Das Publikum sind ja normale Leute. Aber ich finde es halt auch schon, also ganz ehrlich, also wenn ich zum Beispiel mit Moritz auf dem Platz gehe, ich weiß, Moritz macht von allen Sachen Onrides und Offrides so. Wenn du allein diese Zeit schon mal rechnest, allein von jedem, von jeder Bahn, von jedem Attraktion ein Offride zu machen, da bist du ja schon, da hast du ja schon eine enorme Zeit, die da drauf geht. Dann willst du selber noch was fahren, dann willst du noch ein paar Impressionen machen und dann willst du halt auch nochmal ein bisschen von einem Video anmachen, wo du halt auch ein bisschen Quatsch ein paar Schnipsel halt machst. Da bist du so schnell, aber so schnell an diese Zeit ran und da auch eine kleine Kirmes, also vier, fünf Stunden geht da ja ratzverzweck. Dann kommt noch in Düsseldorf hinzu, das habe ich erst gelesen, das steht so auf der Seite gar nicht, aber wenn du ein Ticket dir kaufst, dann musst du, ich habe mal so ein Ticket in den Warenkorb gelegt, das gibt es übrigens seit Dienstag, die Tickets, dann musst du noch vier oder fünf Häkchen nachher ankreuzen, AGB ist bestätigt, du akzeptierst diese Hygieneregeln und, und, und. Und eins von dem Ganzen ist halt auch noch, dass du das Taschenverbot akzeptierst. Das heißt, du darfst keine Taschen mit aufs Gelände nehmen. Nicht nur keine Taschen, sondern auch kein Essen und kein Trinken. Ganz klar, wenn du zweieinhalb Stunden auf dem Platz bist, möchten die Leute natürlich auch, dass du da auch noch verzehrst. Also kannst du schön, außer Babybrei, das geht, aber ansonsten alle seine Sachen zu Hause lassen und du kannst keine, äh, ja, keine, keine, keine Rucksack oder was mitbringen. Vielleicht Sicherheitsgründe ist ja in München auch so, aber für mich als, oder auch für dich, wir die, äh, Videos machen und Kamera-Equipment haben. Ich kann mir ja nicht meine GoPros irgendwo hinstecken und auch eine Kamera und weiß ich was alles und dann eine Aufnahme machen und dann auch selber was fahren und dann das auch noch in zweieinhalb Stunden. Das funktioniert nicht. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal angefragt, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, ob was mit Taschenverbot gemeint ist, ob wirklich alle Taschen verboten sind oder ob so eine kleine Brusttasche erlaubt ist oder sonst was. Das geht zum Beispiel in, in, auf dem Oktoberfest geht das ja. Deswegen, äh, muss man da halt mal gucken, aber, also dieses ganze Paket, ich werde es mir natürlich angucken, aber dieses ganze Paket, was sie in Düsseldorf schnüren, macht das Ganze sehr unattraktiv, wie ich finde. Ja, das Konzept ist schon nicht schlecht so, ne, aber bei mir ist es wirklich so, dass es denn zweieinhalb Stunden ist echt knapp. Das wird bei mir eng. Ich meine, vielleicht Düsseldorf, weil es auch eine größere Stadt nochmal ist, ähm, aber dieser, dieser Lunapark-Gedanke, das finde ich viel besser, ne? Ja, ja. Man kann ja dann auch sagen, okay, ähm, weiß ich nicht, also, einen halben Tag wäre schon gut oder sowas, oder? Ja, wenn halt voll ist, dann ist dann halt voll, klar, aber dann ist es halt auch wieder blöd, die einen bleiben dann nur eine Stunde, die anderen dann vielleicht fünf Stunden, muss man halt auch irgendwie regeln, naja. Das wird wahrscheinlich auch in Dortmund nachher ein Problem sein, äh, dass sie dann nachher die Tickets verkauft haben und, äh, die alle so lange bleiben können, wie sie wollen, aber dann nachher viele Leute schon nach Hause gehen, weil halt dann das Angebot doch nicht so groß ist, wie sie vielleicht gedacht haben. Aber im umgekehrten Schluss ist es ja bei einem normalen Freizeitpark, wenn sie sich schon einen Freizeitpark nennen, genau gleich. Die rechnen ja auch mit den Leuten, die morgens schon kommen und dann bis zum Abend bleiben, ne? Ja, ja. Und, ah, das ist halt beides, ich tue mich halt ein bisschen schwer mit diesen Timeslots und dass man halt bezahlen muss und dann halt auch nochmal die Attraktion selber. Da finde ich das Modell von Dortmund schon ein bisschen schöner, heißt aber nicht, dass ich es jetzt kategorisch ablege und es nicht auch mal teste. Also, ich werde zu beiden Sachen hinfahren, ganz logisch, und mir das angucken. Nur, ja, hätte man vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen sollen. Naja, also das Konzept, also mit 8 Euro Eintritt oder mit 10 Euro am Wochenende, finde ich jetzt nicht tragisch, dass man da dann auch für die Attraktionen ein bisschen was zahlen muss. Das ist ja eigentlich logisch, weil in Berlin gab es ja auch früher, oder ich habe das in Erinnerung, dass man da selbst auch, ich glaube, wie viel war das immer, 2 Euro oder 3 Euro zahlen musste, damit du auf den Platz kommst. Das ist ja schon ein Unterschied, oder? Ja, ein Euro oder 2 ist ja okay, aber... Ja, 21. Na gut, jetzt natürlich mit den Corona-Maßnahmen, das ist schon... Das sind andere Zeiten, da musst du dich auch mal dran halten. Ja? Du würdest ja immer so auf die Schaustelle ein, jetzt machen die was und jetzt bist du wieder dagegen. Nein, ich bin da nicht gegen, aber man kann ja trotzdem mal darüber reden, ob man, man sieht ja auf der einen Seite in Dortmund, dass es auch anders geht, ne? Ja. Deswegen, man muss halt auch mal, ja, aber man muss halt einfach mal gucken, ich kann ja auch komplett falsch liegen und nachher ist Dortmund einfach total Käse und ich finde, ich feiere nachher Düsseldorf ab, kann natürlich auch sein, ne? Aber ich finde es dann halt irgendwie doof, also ich würde mir dann, ganz ehrlich, 2 von diesen Surts holen, dann müsste ich halt mal kurz raus und dann halt wieder rein, weil ganz ehrlich, 2,5 Stunden... Geht das überhaupt, wenn du jetzt 2... Ah ja, gut. Du kannst ja Tickets so viel holen, wie du möchtest, ja, ja. Ach so. Aber wenn du Tickets kaufst, dann dürfen die halt nur aus 2 Haushalten sein, also du kannst jetzt nicht für deine 30 Freunde deines Karten holen. Nee, 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 nee. Sein Wohnen in 2 Haushalten. Ja, ja. Ähm... Ja, muss mal gucken. Ja, ich finde es nur blöd, ein bisschen mit den Zeit, ist ein bisschen knapp mit 2,5 Stunden, aber ansonsten, why not? Das ist ein Messegelände, das ist beim ersten Schausteller in der Kasse gewesen und dann kann er schon wieder rausgehen. So ein Ding ist das nämlich. Wie, was? In der Zeit von den 2,5 Stunden, da bist du nur bei dem ersten Schausteller in der Kasse gewesen und hast gerade Hallo gesagt und dann kann es wieder gehen. So ein Ding ist das. Ach so. Ja, ja, genau. Ja. Ist das in einem Messegelände oder wo ist das genau? Oder ist das im Freien? Genau, auf dem Messegelände. Da ist ja auch die, äh, oh Gott, wie heißt das anders? Ist das Merkur? Wie heißt das? Merkur Hotel. Nee, ähm, früher war es die LTU Arena, das Fußballstadion. Das heißt jetzt, wie heißt das nochmal? Hier, bis die Sonne lacht. Ja, Sonne, Sonne. Wie heißen das nochmal? Die Stottmaschine da. Ach so. Merkur. Casino oder was? Casino. Wie heißt diese Sonne da? Merkur. Merkur? Ja, irgendwie so war es. Arena. Ja, ist doch egal. Ja, aber auf jeden Fall, ah, es ist alles ein NRW, ne? Das ist wieder typisch, ey. Oh. Ja. Mann, habt ihr ein Glück. Wir sind Vorreiter. Wir reiten immer vor. Aber immer ihr, ey. Ist ja voll ungerecht. Ja, super. Und ich hab ja noch gar nicht, ich hab ja noch immer Freizeitpark jetzt hier. Nix. Alles dicht. Ah. Ja, das ist, äh, du hättest es ja auch mal machen können, hier wie, äh, Pascal und Amara von Theme Park Guide. Die haben eine schöne Tour gemacht jetzt am Wochenende. Weiß ich, hab ich gesehen. Ja, grüße ich ihn raus an das ganze Team von Theme Park Guide. Die waren auch gestern bei 1 Live. Das hab ich noch nicht gesehen. Ähm, nee, gehört. War im Radio, ne? Irgendwie was? Ja, wir haben auch zu spät eingeschaltet. Pascal sagte, aber die kriegen das irgendwie nochmal geschickt. Ich werd's mir auch mal anhören. Ja, dann sollen die's mal online stellen. Hören wir das auch mal an. Die waren Walibi Holle. Hab ich, glaub ich, gesehen. Walibi Holle. Walibi. 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 Und, äh, in der, in der, in der, in der... In der Europa-Park. Moon Park und Europa-Park. Europa. In drei Parks waren sie. Ja. Movil Park, Europa-Park und da war dabei. Und da war dabei. Walibi war auch dabei. Schöne Tour. Da war dabei. Ah. Ja, da, ich hab's ja gesehen auf Instagram. Oh, ich voll neidisch. Da hätt ich auch voll Bock. Wir müssen mal gucken, dass wir uns noch mal zusammen organisieren. Oh, genau. Wir müssen uns schauen. Muss ich da mal Urlaub nehmen? Ja, oder bis Wochenende. Genau, Wochenende. Dann muss ich bloß, das ist immer schwierig. Das ist schon ein Ritt, darunter Eier. Ja, wir können auch irgendwo anders hinfahren. Aber irgendwo, wo man grillen kann. Ein schönes Häuschen wieder. Ja, das ist ehrlich. Nee, cool. Ja, sind wir mal gespannt, wann das losgeht. Vielleicht muss ich mal gucken. Vielleicht muss ich Ende Juli, Anfang August mal gucken, ob es im Urlaub klappt, dass ich da mal ein paar Wochen Urlaub nehme. So einiges Jahr oder so. Die Aufbauarbeiten in Düsseldorf beginnen am 8. Juni. Tickets sind ab heute erhältlich. Am 8. Juni. Mhm. Mhm. Also eine ganz kleine Information am Rande. In Italien, das Etna-Land, hat bekannt gegeben, dass sie in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht öffnen werden. Das Etna-Land. Man hat irgendwie die Eröffnung, das finde ich richtig krass. Also verschoben hat man die Eröffnung schon vom 10. April auf den 1. Juli. Und jetzt haben sie gesagt, nee. Heute, in diesem Jahr, werden wir keinen Spaß zusammen haben. Was eigentlich auch schon sehr krass ist, weil in diesem Jahr eigentlich ein neuer Dark Ride. La Casa dei 44 Gatti. Was heißt in 44 auf Italienisch? Keine Ahnung. Sollte eröffnet werden. Aber das wird wohl dann nix. So kann das gehen. Ja. Weißt du, auf was ich jetzt irgendwie mal so ein bisschen Lust hätte? Ein Soft-Eis. Ja. Von Fisch-Fried-Day. Ich weiß, auch wenn es von Deutschland ist, es ist ein leckeres Eis, was man lecker in Holland kriegt überall. Es gibt man auch an der Küste und es ist wirklich lecker. Weißt du, was ganz komisch an diesen Soft-Eis-Maschinen ist? Meine Mutter hat ja in so einem Süßladen, einem Lösigkeitsladen früher gearbeitet. Die hatten auch von denen so eine Maschine. Bei Lind? Und die reinigt sich selber. Die hat aber keinen Abfluss. Also das Zeug, was da irgendwie drin ist, das bleibt da irgendwie immer drin. Der Abfluss bin ich. Und über Nacht reinigt die sich wie von Geisterhand selber. Ob da so kleine Zwerge reinkommen und dann da irgendwie einen kleinen Schrubber in die Hand nehmen, man weiß es nicht. Aber El Samonello ist nicht weit entfernt, glaube ich. Hm. Ja. Nee, aber ganz ehrlich, weißt du, auf was ich jetzt nochmal so ein bisschen Lust hätte? Na, was denn? Um mal ein bisschen so in Erinnerung zu schwelgen. Wie? Ja, einfach so mal an früher zu denken. Vielleicht so an alte Fahrgeschäfte, die es nicht mehr gibt. Oh, jetzt kommt wieder die berühmte, die Kategorie, ich ahne Böses, meine Lieblingserklärungsrunde. Ja, wobei Ben immer 18 Jahre drüber spricht. Und wo ich immer in zwei Sätzen das zusammendinkse und Ben immer 15 Jahre für brauche, um irgendwas abzulesen. Ja, wie ganz so weit gefällt. Was er auf Wikipedia gefunden hat. Weißt du? Und ich sage einfach nur, siehe Wikipedia. Punkt. Ja. Und er, nö, da musst du aber schon was zu sagen. Was gibt's denn da so ein bisschen ausführlicher? Ja, gut. Jetzt sage ich noch Quelle dazu. Quelle Wikipedia. So. Jetzt reicht das. Wie heißt die Kategorie denn? Die vergessene Attraktion nennt sich die Kategorie. Ach so. Ja. Format. Ja. Soll ich anfangen oder du? Ach, zum Glück sagt er diesmal nicht. Ja, kannst du gerne. Ansonsten sagst du immer, ich soll erklären, was das ist. Das mache ich aber jetzt nicht. Das kannst du machen. Nee, was ist das nochmal? Oh mein, nein. Hätte ich es nicht gesagt. Soll ich das wirklich nochmal sagen? Ja, logisch. Wir haben auch neue Zuhörer, vielleicht. Hallo, du einer. Ja, liebe neue Zuhörer. Falls ihr noch nicht wisst, was die Kategorie, wieso Kategorie? Das, äh, die Rubrik, was die Rubrik, die vergessene Attraktion ist. Die vergessene Attraktion ist eine Rubrik, in der wir alte Attraktionen nochmal vorstellen, die wir noch in Erinnerung haben, die es so aber in den Freizeitparks oder auf der Kirmes nicht mehr gibt. Um, äh, diese Attraktion nochmal ins Gedächtnis zu rufen, erklären wir, zeigen wir, äh, äh, lesen wir Wikipedia vor oder andere Formen, äh, andere Quellen, um euch diese für uns schöne Attraktionen nochmal, äh, auf den Bildschirm des Lebens zu rufen. Und jeweils geht da immer eine pro Folge. Meistens ist es so, dass Lars anfängt. Und ich glaube, heute ist es auch wieder so. Ja, pass auf. So, ich fang mal an. Daher ist es keine Attraktion aus dem Hansapark, es ist keine Attraktion aus dem Heidepark. So, das mal vorwegzunehmen. Lieber Ben. Uh, das ist für den Kirmes vom Hamburger Dom, pass auf. Du hast Glück gehabt. Das ist diesmal wieder eine Attraktion aus dem Kirmesbereich. Da ich ein großer Geisterbahn-Fan bin, äh, es ist, äh, für mich, äh, was eine der besten Geisterbahnen auf der Kirmes, und zwar nennt die sich, oder nannte die sich, Geisterischka. Nein, natürlich Geisterrikscha. Zonga. Und war aus dem Hause Burkhardt, bin ich der Meinung. Äh, Burkhardt, genau. Das war also eine, ich glaube, eine Einstockgeisterbahn. Ich meine, das war nur eine, eine Ebene, aber die richtig lang war. Und, äh, die Geisterbahn, Geisterischka, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere dran, wurde im Jahr 1970 vom Schaustellerbetrieb Löffelhardt aus München übernommen. Und die Firma Löffelhardt, hatte die eigentlich was, ist vom Phantasialand? Kann das sein? Sind die damit irgendwie verwandt? Bestimmt. Aber hier steht, äh, Besitzer, ab 1970, Löffelhardt aus München. Und, äh, äh, um 1990 bis 2005, äh, hat die Bahn Burkhardt aus Soos betrieben. Und ich bin mit der Bahn, ich glaube, drei oder viermal auch gefahren. Wo natürlich auch im Hamburger Dom. Äh, Äh, und das war eine richtig coole, äh, lange Geisterbahn. Und die war auch extrem dunkel drin und hatte echt, äh, ein paar, viele Schockelemente drin gehabt. Und auch die Wagen waren richtig cool. Und, äh, war eine richtig tolle, ähm, äh, ja, große Geisterbahn, die richtig viel Spaß gemacht hat. Und es ist wirklich schade, dass die 2005 weggegangen ist. Äh, die wurde meines Erachtens, äh, 2005 nach China verkauft. Steht zumindest hier. Quelle muss ich euch nochmal angeben. Quelle, ich lese jetzt hier von jahrmarkt-nord.de. Da habe ich das gefunden. Da gibt es auch ein paar Bilder. Äh, da gibt es auch die, die Ehrenkarte, kann man sich ja nochmal anschauen. Ein paar Transportbilder. Ganz interessant. Hersteller war übrigens Mack, ähm, und zu den Maßen vielleicht nochmal 31 mal 16 mal 15 Meter. Anschluss 70 kW. Das ist das, was ich jetzt hier gefunden habe. Und, äh, aber das war auch eine echt coole Bahn. Ich weiß gar nicht, Ben, bist du damit mal gefahren? Mit der, mit der Bahn? Ich hörte sogar zum ersten Mal, dass es eine Geisterbahn gibt, die Geister Rückscha heißt. Echt? Ganz bekannt. Also das war echt, äh... Die ist von Löffel hart. Ja, also die, äh... Er ist Besitzer tatsächlich 1970 Löffel hart aus München. So, ich, äh, hab gerade mal ein bisschen gegoogelt in der Zeit. Also, ähm, ich hab das, ich nehm das jetzt mal von kirmusform.de auf und ich hoffe, dass das dann auch richtig, ich lese jetzt von, äh, einen Beitrag vor. Und zwar, äh, äh, hier hat einer genau danach gefragt und einer hat darunter geschrieben, der Großvater von Robert Löffel hart, also der jetzige Besitzer aus dem Phantasialand und der Großvater von Rainer und Dirk Löffel hart, also die den, äh, Booster und Predator haben, Booster, ja, ähm, waren Brüder. Ja. Äh, diese hatten noch einen Bruder und eine Schwester, die, äh, aber schon verstorben sind. Bereits der Vater der vier Geschwister war Schausteller. Wie man sieht, eine lange Schausteller-Tradition. Mhm. Ähm, jetzt nochmal hier noch ein anderer, das ist tatsächlich so, Gott, die Löffel hart, war einst, äh, selbst mal Schausteller und war auch der erste Kunde von Anton Schwarzkopf, als er 1957 die Düsenspirale, als erstes Schwarzkopf-Geschäft kaufte und einige Jahre damit auf Reisen war. Das Gelände des heutigen Phantasialandes ist ein ehemaliger Gruber eines Kraftwerks Berggeist gewesen, also, hieß Berggeist, gibt auch die Berggeist-Straße und damals, Ende der 60er Jahre, kaufte Gottlieb, äh, Löffel hart das Gelände und öffnete dort halt das Phantasialand. Er ist, glaube ich, erst vor zwei, also, ja, ist ja gut, das ist von 2014. Deswegen, gestorben, bla, bla, bla. Und, äh, die heutigen Betreiber der Fahrgeschäfte Booster und Predator müssen entweder Söhne oder aber Enkel beziehungsweise Neffen von Gottlieb Löffel hart sein. Genau, weiß ich das aber nicht, aber sie sind verwandt. Du kannst doch mal die Joel fragen. Ja, kann ich mal. Interessant, ne? Ja, und das ist, wie gesagt, äh, meine vergessene Attraktion in dieser, äh, vergottene Attraktsche Ausgabe. Attraktsche. Die Attraktsche hier in Walabay. A Walabay. Walabay. Ja, richtig braune. Oh, richtig braune. Oh, lecker. Von ganz hinten die. Ja, wunderbar. Wunderbar. Meine vergessene Attraktion in diesem, äh, in dieser Aufgabe ist das Galaxy. Galaxy in Phantasialand. Da sind wir schon dabei. Oh, wieder Phantasialand. Ich hab letztens mal was anderes auf den Efteling gehabt. Nee, weder Efteling in der Phantasialand. Oh, gar nicht wahr. Ähm, Eröffnung von Galaxy war, ach, ich sag jetzt erstmal, was das überhaupt ist. Das ist ganz bescheuert. Leg nicht zurück, das dauert ein bisschen. Ähm, ja, äh, gebaut wurde das Ganze von Simtech und ist ein IMAX-Simulator, also von Simtechs schräg schräg IMAX-Simulator steht, äh, irgendwo. Ähm, ist ein Flugsimulator mit einem, äh, in einer Kuppel projizierten IMAX-Film. Und, ähm, ja. Es war halt praktisch in Phantasialand die zweite Attraktion nach dem Space Center mit einem Weltraum-Thema. Und, äh, das Ganze eröffnet wurde 1994. Ähm, die goldene Kuppel, die man halt noch von älteren Aufnahmen kennt aus dem Park, äh, die kostete umgerechnet 34 Millionen Deutsche Mark. Und, äh, Richard Schmidt, der damals ja auch noch Eigentümer, ähm, war vom Phantasialand mit Gottlieb Löffelhard zusammen, also der Vater, ähm, von Robert Löffelhard, der jetzt den Park besitzt. Äh, Richard Schmidt wollte Galaxy eigentlich noch viel größer bauen und auch größer gestalten. Ähm, aber, ja, Gottlieb Löffelhard hat ihn da so ein bisschen gebremst und hat gesagt, ähm, war ein bisschen sacht und kostet schon ein bisschen genug, ne? Lieber Schmidi, ähm, übrigens, äh, Richard Schmidt ist, äh, letztens gestorben, ne? Ja, hab ich gelesen, ja. Ja, hat er auch noch einen Post gemacht. Rest in Peace auf jeden Fall, äh, eine Ikone, ja, in der, in der deutschen Freizeitparkbranche auf jeden Fall gewesen. Ähm, Alex vom Galaxy war ein Maskottchen zu diesem Ride und er lief halt, äh, auf der Straße in Berlin rum und sah man auch bei der Parade. So an sich kam er halt nachher nur noch in der Pre-Show vor, ansonsten sah man in dem Ride halt einfach erstmal gar nichts. der Wartebereich von dem Ganzen war drinnen und draußen. Ich fand das draußen immer sehr schön, weil es war halt sehr weiß gehalten. Erinnerte mich immer so ein bisschen an das Gehege auch von den Tigern von Siegfried und Roy im Phantasialand. Alles so weiß und man musste erst durch so einen weißen Torbogen gehen und dann ging man da einmal links, einmal rechts rum im Zickzack vor den eigentlichen Eingang und da waren halt immer so Wasserfontänen in so achteckigen, ja, weiß ich nicht, Dingern waren das, so achteckige Dinger, wo immer dann diese Wasserfontänen rausspritzten und dann in das nächste Becken halt praktisch wieder so rein und ja, es war halt immer ganz cool, wenn man da immer so die Hand hielt und es war immer schon schön warm und es war so schön geil das Wasser, wenn man im Sommer da war, erinnere ich mich auf jeden Fall noch sehr gut dran. Ja, dann ging man halt irgendwann rein und im Inneren sah man dann halt so ein paar Aliens, so ein paar Roboter, eine Steuerputte von einem Raumschiff, Flugzeuge und Raumschiffe an der Decke nachher noch und all sowas. Ja, war halt eigentlich alles wie gesagt ein Weltraumthema. Wenn man dann weitergegangen ist, dann stand man vor einer Ampel und dann wurde man dort eingewiesen. Wenn grün war, konnte man logischerweise durchgehen, wenn rot war, ging das Dreckholz auch nicht weiter und da konnte man sich auch entscheiden oder ging es dann halt entweder auf die zweite Etage, denn diese Kuppel hatte zwei Ebenen mit jeweils vier, sagt man da Gondeln, Simulatoren, ja Simulatoren, mit jeweils 16 Plätze pro Wagen, also praktisch oben vier, unten vier, macht summa summarum acht und in jedem sind 16 Plätze halt gewesen und ja, wenn man dann dort entweder nach oben gehen musste oder nach unten blieb, dann wurde man eingeteilt. Übrigens, oben, das wurde nachher komplett gestrichen, man konnte sich nachher nur noch unten anstellen und zwar war das nach dem 1. Mai 2001, da wurde nämlich komplett oben die Etage außer Betrieb genommen, das war nämlich nach dem Großbrand von der Gebirgsbahn, weil die Fluchtwege da unzureichend waren und seitdem hat man das halt nur noch als Lager für Ersatzteile halt genutzt. Wenn man aber gefahren ist, konnte man oben auf jeden Fall noch so die anderen Simulatoren halt sehen, wenn man in der Kuppel halt war. Genau, also man hat sich dann praktisch, wurde eingeteilt in diesen Kästen, rot, grün, blau und gelb, da waren auch X drauf markiert, sodass jeder sich auf so einem X stellen musste, wie ihr es halt zum Beispiel auch jetzt von Volitarium kennt, da sind das halt zu zahlen. Ja, und dann kam die erste Pre-Show auf dem Fernseher, da wurden dann halt ein Sicherheitsvideo gezeigt von einer Fluggesellschaft, das war wie so eine Fluggesellschaft angelehnt und da gab es dann auch schon mal so die erste Reklame, denn das Ganze wurde präsentiert von LTU und viele, die sich ja dann so beschweren, dass es im Europa-Park der Timburg Coasters gibt oder Bluefires powered bei Nord Stream bei Nord Stream 2 sich darüber aufregen, auch das Phantasialand hatte schon solche Sponsorings und ja, da war dann halt so eine Dame zu sehen, die dann halt so Ansagen gemacht hat, von da aus ging es dann halt in einen zweiten Pre-Show-Raum, das war praktisch ein kleiner Raum vor dem Simulator und dahin musste man dann halt auf dem Boden Linien in den Farben, wo ihr halt auch gerade draufsteht, da musste man halt diese Linie folgen und dann ging man in den richtigen Raum, da hörte man halt schon den Film aus der Kabine nebenan, weil da war ja dann wie gesagt der Simulator, aber in diesem kleinen Raum gab es dann halt nochmal Sicherheitshinweise von Alex from Galex, der pantominisch das dann alles nochmal darstellte, was dann die Dame, die man im ersten Film schon gesehen hat, mit der LTU-Uniform dann nochmal erzählt hat. Die Fahrt beziehungsweise der Film zu der sich dann dieser Simulator dann synchron bewegte, ging ungefähr dreieinhalb Minuten, dann war Fahrgast des Space Shuttles Galaxy One und fuhr oder flog zum fiktiven Planeten Siantawa und ja, die Fahrt könnt ihr euch schon denken, ging natürlich nicht reibungslos, sondern es gab halt einige Probleme, hierbei spielte zum Beispiel ein weißer Energiebein eine große Rolle, der während des Films immer mal wieder auftauchte und die Besucher dann schließlich mit einer großen Lichtkanone ja, habt ihr ja so ein Battle mit dem Ding da gehabt und das war dann halt praktisch das Finale. Aber davor war auch noch ganz cool, wenn man dann wirklich auf diesem Planeten war, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Lars, wie das dann aussah, dann gehen dann auch irgendwie so diese Neonschriften, diese Werbung da kaputt und was, also ich fand das immer sehr, sehr gut gemacht. Als kleines Kind hatte ich ein bisschen Angst, ich gebe zu, aber es war halt wirklich sehr schön. Wie gesagt, acht Simulatoren, vier oben, vier unten, jeweils 16 Sitzplätze und zu diesem Ride gab es sehr viel Merch, dem Shirts, Figuren, Spardosen, Telefonkarten, die es mit Alex vom Galex gab, gab es auch Plüschfiguren und im, ja, ich sag jetzt mal Westen Deutschlands, hier so in NRW in diesem Raum, gab es sogar 200 limitierte Sondermodelle von Reno Twingo. Ich kann sogar mich daran erinnern, dass einer immer hier in Aachen rumfuhr. Ja? Ja, muss mal gucken, ist ganz witzig, also da stand auch Galex hier so an der Seite drauf. Den Film, ich habe es jetzt heute leider nicht mehr gefunden, aber vor ein paar Jahren habe ich auch nochmal nachgesucht, der Film, der dort gezeigt worden ist, dieser IMAX-Film, IMAX gibt es ja auch so als Kino, ist halt praktisch mit einer gebogenen Leinwand, sodass man halt wirklich mittendrin halt sitzt. Dieser Film, der da gezeigt worden ist, hieß Asteroid Adventure und den konnte man sogar bis vor kurzem, ein paar Monate, oder Jahre noch, konnte man den online auf einer amerikanischen Seite nochmal bestellen, auf Blu-ray, äh, auf DVD. 4 zu 3 Format, aber den gab es halt noch, das ist eigentlich sehr witzig, den konntest du dir für ein paar Euro konntest du dir einfach so holen. Und, ja, in der Wintersaison 2005, 2006 wechselte man dann nach ganz vielen Jahren den Film, viele haben sich immer beschwert, dass die Leinwand, da war irgendwie so ein schwarzes Loch immer zu sehen und der Film war halt auch irgendwie, es wurde immer grisseliger. Ich sag mal, wenn man jetzt böse ist, ihr kennt das Phänomen von Pirates in 4D, so ähnlich könnt ihr das auch in Galaxy euch vorstellen. und dann hat man halt den Film gewechselt und hat auch, ja, das Thema ein bisschen gewechselt, denn danach hieß das Ganze Race for Atlantis. Von außen sah es halt immer noch so aus wie vorher, es war immer die goldene Kugel, man hat dann halt ein bisschen mit Thematisierung gearbeitet, aber es kam halt natürlich nicht mehr, man wusste halt immer, das war dieses Space-Thema und man hat das jetzt auf, ja, Atlantis so ein bisschen getrimmt, mit ein bisschen, die Wände ein bisschen anders angemalt, aber es war halt leider nicht nie wieder so der Stand und so hübsch, wie es vorher mal war, daher kam dann auch noch der Shop weg am Ende, da war dann nachher irgendwie der Eingang, der sah dann auch irgendwie Kraut und Rühm aus, also dem Phantasien muss man halt eigentlich sagen, nicht wirklich würdig. Was noch dazu kam, ist, dass der Film Race for Atlantis eigentlich ein 3D-Film war, also es war ein Film, der in 3D produziert worden ist, aber, ja, das Galaxy war halt, hatte keine 3D-Technik, also hat man den wieder umkonvertiert zu einem 2D-Film und das machte das Ganze mega unscharf. Das Blöde war halt auch noch, dass der Mittelpunkt von dem Film sehr weit oben war und weil man ja unten noch die Reihen hatte, dass man dann halt immer sehr weit nach oben gucken musste und überhaupt dann, also es war halt praktisch so wie im Kino, wenn man in den ersten zwei, drei Reihen saß, es war halt nicht wirklich schön, dann kam auch noch die Unschärfe da hinzu, das machte für mich halt immer so ein bisschen, ja, so ein Kotzreiz aus, leider mir wurde immer ein bisschen schlecht, deswegen habe ich es nachher dann auch gelassen. Interessant ist aber auch, dass Ways for Atlantis, der Film, vorher in Las Vegas gezeigt worden ist, in einem IMAX-Simulator und zwar im Caesars Palace. Dort wurde wie gesagt auch gezeigt, ich weiß jetzt nicht, ob das Phantasial den Film abgekauft hat oder ob das nur eine Kopie war, auf jeden Fall wurde der Film dann, oder der Ride in Las Vegas dann auf jeden Fall geschlossen irgendwann. die Kuppel wie gesagt blieb gleich, nur innen wurde ein bisschen die Thematisierung geändert. Ja, kurz vor der Sommersaison 2016 war es dann halt soweit, die goldene Kuppel wurde zurückgebaut, wurde abgerissen und ja, dann war der Simulator im Phantasial praktisch Geschichte. und das war meine vergessen Attraktion für diese Ausgabe. Cool, nur 10 Minuten. Scheiße, meine Aufnahme pausiert. Was? Wir müssen das nochmal machen. Quatsch. Bist du verrückt? Ja, das war das, also, bist du da bestimmt mitgefahren, ne? Ja, ja, 99. Ja, einmal nur? Ja, weil danach war ich erst wieder 2006 im Phantasialand oder war dann schon Race for Atlantis, ne? Achso, ja. Ja, genau. Na, ich fand den Film auch nicht so schön. Auch diese Pre-Show da, dieses Gerämpfe da, ah, nee. Nee, es war auch nicht so meins. Da war auch immer so schlechte Luft, so ein bisschen, ne? danach wurde mir immer so ein bisschen übel. Ja, ich fand immer dieses Geräusch am Anfang, wenn man in den Wagen eingestiegen ist, so ein Simulator, wenn er alles dunkel war, bevor es losgeht, immer dieses Gepiepe, das hat man ja übrigens auch, ich weiß nicht, welche Ausgabe das war, äh, mit dem Intro, da hat man das gehört, mit dem Intro, äh, wo wir in eine andere Welt fliegen, das war irgendwie die vierte, fünfte, sechste Ausgabe, da hört man das, äh, diesen Sound übrigens, mal so als kleiner Tipp. Das war einer der kleinen Easter Eggs, die da versteckt waren. Ah, Schlingel. Schlingel. Ja, cool. So geht das. Sogar nach, du. Nur geht das wieder, hör mal, hier wird es langsam warm drin. Ja, aber mir auch, meine Ohren, die ballern hier schon. Ja, ich hab auch, mein Ohr ballert auch. Äh, naja. Äh. Ja, erzähl ruhig was. Du? Ja, du? Ja, Wir haben ja noch eine Kategorie, ne? Ja. Oder? Ja, Unsere Lieblingstiere. Und zwar die Zonga Gruppe, Kategorie. Zonga ist mein Lieblingstier, das ist wie so eine Schwarznatter. Ja, Schwarznatter. Ich mag gerne Chungus. Chungus, ja. Chungus. Ja, komm, äh, machen wir am besten, hauen wir direkt auch noch mit raus. Wir haben natürlich auch noch die immer wieder beliebte Kategorie, die heißen drei, so. Und die heißen drei in dieser Ausgabe sind die heißen drei Dinge, die uns als Peinlichkeiten passiert sind. Ja. Wir haben natürlich immer Momentaufnahmen, das was uns gerade so in den Kopf gekommen ist, oder wofür, über was wir jetzt kurz vor der Ausgabe nochmal kurz drüber nachgedacht haben. Ähm, vielleicht, es gibt bestimmt noch unzählige andere Sachen, die peinlich waren, die immer passiert sind, aber die sind mir jetzt eingefallen. Und Lass hat auch drei, und diese drei Top-drei, äh, Peinlichkeiten, die präsentieren wir euch jetzt in diesem, äh, in dieser Rubrik, das wollte ich sagen. Genau. Ähm, ich fahr mal an, war? Mhm. Platz 3. Dreh. Dreh. Ist, äh, ich war immer in Mainz, äh, in einem riesigen Parkhaus, da war ich beruflich unterwegs, und dann, äh, musste ich da mit einem Kollegen zusammen, ähm, einen Saturn da besuchen. Äh, wir waren für eine Herstellerfirma unterwegs, und, äh, wir sind mit zwei Autos gefahren, jeder mit seinem Fernwagen, und dann haben wir gesagt, ja, pass auf, dann treffen wir uns dann und dann bei Saturn. Ja, alles klar. So, reingefahren, Auto geparkt, äh, haben wir unseren, sind wir da im Saturn da, haben wir das erledigt, was wir machen sollten, und dann wollten wir dann weiterfahren, ne? So, ich dann, ja, okay, dann fahren wir weiter. So, äh, ja, dann ich zum Parkautomat, ne, bezahlt, so, und dann fuhr ich runter ins Parkhaus, und da hab ich das Auto nicht mehr gefunden. Ich sag, warte mal, wo, wo hab ich jetzt geparkt? Im dritten Geschoss oder im vierten? Hm, ne, jetzt bin ich im vierten. Ne, es war bestimmt drittes. Und das war farblich alles markiert, jedes, äh, Untergeschoss. Bin ich ins dritte Obergeschoss gefahren und geguckt, ne, irgendwie steht da auch nicht. Es sah alles gleich aus. Es sah alles gleich aus. Ich hab schon den Schlüssel gedrückt. Irgendwo muss doch mal irgendwo was aufgehen. Aber es tut in sich nichts. Und dann bin ich wieder auf vier gefahren. Ich sag, es muss doch in vier gewesen sein. So, bin alles abgeguckt. Die Leute haben schon geguckt. Sag mal, will er ein Auto klauen oder was? Was machen sie da? Nichts. Und dann bin ich ins fünfte Untergeschoss gefahren. War auch nichts. Und mittlerweile, man hatte ja irgendwie, ich weiß gar nicht, eine Viertelstunde Zeit, irgendwie das Auto zu suchen. Ne? Sonst musst du ja irgendwie nachzahlen. Und dann hab ich, ich hab locker 20 Minuten, du hast das Auto gesucht, dich Idiot. Ich hab's nicht wiedergefunden. Und eng, ich glaub nachher war es im dritten Obergeschoss, im dritten Untergeschoss. Und der Kollege hatte schon telefoniert und gesagt, sag mal, wo bleibst denn du? Ich bin schon da. Ich sag, ich such noch das Auto. Das wär immer so peilig. Und seitdem hab ich es immer bei Parkhäusern dann so gemacht, dass ich erst mal die Nummer, wo ich parke, abfotografiere. Abfotografiere, damit ich das nicht vergesse. Es gibt ja auch manchmal so Barcodes schon. Also, die haben das schon das Problem erkannt. Bei uns gibt's so Parkhäuser, die haben so Barcodes. Ja. Da kannst du dann so die Säule abfilmen. Ja, ja. Und dann ist das halt so drin. Ja, ja. Aber das ist mir noch nie passiert. Und das war 2017 war das. 2017. Irgendwie im, ich glaub das war im Januar, oder was? Ja. Januar, Februar. Und dann hab ich gesagt, ey, sag mal, das gibt's doch nicht. Ach, jetzt kennst du das auch. Ach, das war. Ja, 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 ja. Oje, oje, oje. Äh, ja, mein Platz zwei, ähm, hoppla, nee, drei ist es wahr. Drei. Mein Platz drei, mein Platz drei, ähm, ähm, es tut mir jetzt leid, aber ich, das haben wir hier schon mal thematisiert in diesem Podcast. Oh nee. Und ich glaub, es war auch schon, es war auch schon in der ersten Ausgabe. Jetzt kommt wieder die Geisterischka. Ich muss nur ganz kurz. Ich musste meinen damaligen Chef vom Süsseldorfer Flughafen abholen und hatte vorher noch so ein paar ordentlich, ich glaub, weiß ich, ein Big Macs oder ein McRibs oder irgendwas bei Macs, äh, ordentlich gefruhig gegessen und, äh, ich merkte auf einmal, das hat den Bauch nicht so gemundet und, äh, der Druck, der Druck, es drückte immer mehr in den Unterleib, es, äh, mehr Atü, als einem lieb ist. Ich so, scheiße, scheiße, ich hab jetzt schon erstmal die Hose aufgemacht, erstmal den, das war schon bescheuert, bescheuert die Köln, die Hose aufzumachen in dem Auto, auf der Autobahn, ja, das ist ja schon mal so ein Arsch hoch. Was machen Sie da, Sie schweigen. Und, ähm, ja, kurz bevor der Düsseldorf Flughafen, äh, Ausfahrt da war, konnte man irgendwie rausfahren, da, wo die Mitarbeiter Parkplätze haben und, äh, ja, die Leute, die da am Flughafen halt irgendwie arbeiten und die hatten da irgendwie so eine Cafeteria und ich so, ach, zum Glück, zum Glück, da muss eine Toilette sein und ich laufte halt rein und ich, wirklich schon richtig zu am Kneifen und, äh, ich, ich hab nur noch Sterne gesehen, ich hab mich da einfach, oh, dass die Toilette schnell in die Kabine, hab mich raufgesetzt, Hose runter und dann ordentlich Abmarsch. Ich war natürlich, 15 Kilo ohne Knochen. 15 Kilo leichter, ähm, bis ich dann auf einmal realisiert hab, dass dort kein Klopapier mehr auf der Rolle war und ich halt da jetzt mein Geschäft gemacht habe und ich so, scheiße, was machst du denn jetzt? und ich hab so gehört, ob jemand dann auch in der Toilette etwa, war wohl noch jemand da, hab ich ein bisschen gewartet, hab dann gehört, dass er hier sich die Hände ab, äh, mit diesem Föhn da, äh, Ton geblasen hat lassen. Und ich hab gesagt, oh, jetzt ist die Luft rein. Also, was hab ich gemacht? Die Hose in die Kniekehle und dann so die Tür aufgemacht und dann schnell in die andere Kabine reingraubt praktisch, schnell zugemacht und hat gesagt, ach, zu Glück, hier ist Klopapier. Und in dem Moment geht dann wieder die Tür auf und irgendjemand wollte auf Toilette gehen, geht dann in die vermeintlich nicht besetzte Toilette und sah dann mein Glück in der Toilette liegen und schriegt, oh, was ist das hier für ein Schrei gewesen? Das hat ja alles voll geschissen. Er wusste ja nicht, dass ich noch da war und einfach die Toilette gewechselt hatte. Er hat mir dann so ein Schwein voll geschissen. Bam! Er hat dann einfach nur noch die Toilette, ähm, er hat mich dann nur sauber gemacht, hab dann abgespült, hab dann, ja, das hab ich auch schon gesehen, deswegen hab ich diese Toilette hier genommen. Du Dreckstau. Und bin dann, ich bin dann halt einfach rausgegangen, hab mir noch die Hände gewaschen mit dem Gedanken dann, der arme Mann. Hast du noch gespült? Waren zwei Toiletten, eine hatte Klopapier, die andere nicht und dem hat dann das gleiche geblüht. Naja. Und, äh, ich kann froh sein, dass es halt nicht ein paar Sekunden vorher gewesen ist und sei ich mit untergelassenen Hosen in einer öffentlichen Toilette, wo der Mann hätte, äh, wer reingekommen. Ja, das war halt der Punkt, Dreckst. Ja. Ich wollte da so Kacka machen. Was ist das? Äh, alle voll geschissen, die Dreckstau. Hier liegen drei Begriff drin. Wo ist das Brötchen? Oh Gott, nee. Ich seh das Sesam noch. Und ich muss, ich muss fünfmal spülen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die 15 Tonnen Wolken kann ich weg. Oh Mann. Ja, äh, Äh, meine zweite Top 2, äh, wurde, glaube ich, auch schon mal erzählt oder habe ich schon mal erzählt. Äh, war Movie Park Germany letztes Jahr zu Halloween. Ähm, wir waren gerade in der Maze drin. Wir wollten da dann, äh, äh, filmen. Also, ich war, äh, dann, ähm, äh, zwei von der Presse vom Movie Park und dann noch ein anderer YouTuber, ich glaube, aus Holland. Und dann, habe ich den ganzen Laden mal aufgehalten, weil ich sagte, Moment, wir müssen kurz Stopp machen. Wir waren mitten bei der Pre-Show. Die Pre-Show wurde dann beendet. Extra für uns, so, ne? Zum Film. Und dann, äh, war gerade mein Akku leer. So, dann habe ich gesagt, Moment, ich muss mal ganz kurz den Akku wechseln. Ja, alles klar. Kurz Akku gewechselt und er hatte die Speicherkarte nicht immer erkannt. So, nee, die Speicherkarte war voll. So war das. Genau, die Speicherkarte war voll. Ich sage, okay, kurz Speicherkarte wechseln und alles gut. So habe ich neue Speicherkarte reingetan. Äh, ja, hat er nicht angenommen. Ich sage, was ist denn das für ein Scheiß? Ich sage, gut, Speicherkarte wieder rausgenommen, mal an der Speicherkarte gepustet, kann ja mal passieren, das habe ich öfters mal. Speicherkarte wieder rein. Nö, hat er nicht erkannt. Ich sage, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das hat locker so fünf Minuten gedauert, ne? Ganze Zeit, nee, nimmt er nicht. Nein. Ich sage, scheiße. Ich sage so, sage ich, gut, dann, machen wir anders. Ich sage, dann filme ich jetzt erstmal mit dem Handy weiter. Scheiß drauf, damit wir hier weiterkommen. Ja, das ist klar. So, ich schon mega angepisst. Dann haben wir weitergefilmt, sind wir durchgegangen. Das war bei Wrong Turn, war das. So, und dann waren wir dann durch und da habe ich gesagt, so, jetzt hole ich nochmal wieder Kamera hier. Das kann ja nicht sein. Dann habe ich die Speicherkarte, den Adapter rausgenommen und da habe ich gesehen, dass ich, Idiot, nur den SD-Kartenadapter reingesteckt habe und da war gar keine Speicherkarte drin. Das weiß ich, da kann die die Kamera ja auch, also die Kamera war gar nicht schuld. Ich war schuld. Ich habe nur so einen Adapter reingesteckt und ich dachte, in diesem Adapter wäre eine Speicherkarte drin. War sie aber nicht. Ja. Also da bin ich auch von weggegangen. Also, ich habe früher das auch gemacht, da sind ja immer bei den kleinen Karten, Speicherkarten, da sind ja immer diese Adapter dabei. Ja, genau. Das sind dann immer relativ schnell immer kaputt gegangen. Die kleinen brauchen wir ja für die GoPro und die großen halt für die normalen Kameras. Ich bin echt davon da weggegangen und habe mir immer die großen jetzt geholt für die normale Kamera, weil ich da immer Probleme mit hatte und nachher die Dateien korrupt waren. Ja, ja. Ja. Ja, das war auch sehr unangenehm. Oh, mein, oh, mein, oh, mein. Ja, und da gucken alle noch zu und so, ne? Oh Gott. Ja, und du stehst und bist selbst schon angepisst, und sagst, oh, haben wir noch Licht gemacht und Oh nein. Oh nein. Ja, und wir waren schon so ein bisschen im Zeitdruck. Naja. Und da lasst du immer noch ein bisschen gemütlich, ne? Nicht so schnell. Ich bin noch nicht so weit. Ja, mein Platz 2, was auch wirklich also sehr unangenehm eigentlich war und also ich bin ja in den letzten Jahren immer bei der FKF-Convention passiert, wenn Moritz, äh, passiert. Ich bin ja immer bei der FKF-Convention gewesen und ja, wenn Moritz das jetzt hört, der weiß jetzt ganz genau, was kommt. Es gibt bei der FKF-Convention immer die Möglichkeit, bei einem Quiz mitzumachen. Das heißt, äh, Nerds schreiben Nerdfragen auf und stellen sie Nerds. Und, äh, ich so, ja, komm, wir machen damit. Er sagt Moritz. Ich so, nee, ich weiß nicht, ich will nicht. Und, ja, komm, jetzt hab ich nicht mehr. Komm, wir machen das jetzt. Und da sind so viele drin, da wirst du eh nicht gezogen. Bei sowas hab ich halt immer das Glück, dass ich gezogen werde. Und, ähm, es ist halt auch so gekommen, wie es gekommen ist. Äh, Moritz wurde nicht gezogen, aber ich. Dann stand ich da vor gesammelter Mannschaft, einer klüger als der andere, was Freizeitparks und Kirmes angeht, äh, auf der ganzen Welt schon unterwegs gewesen. Äh, in den kleinsten Timbuktu-Staaten kennen sie jeden Wecky-Wurm, ja. Und der Ben, der meint, der Klugscheißer zu sein und, äh, auf seinem Kanal von Achterbahn und Freizeitparks zu erzählen, der stand natürlich auf der Bühne und hat unendlich versagt. Es war halt auch noch nicht mal so, dass ich das wirklich nicht alles wusste, sondern einfach, äh, ich, keine Ahnung, ich hatte einmal falsch und es ist dann natürlich so, wie es halt kommen muss. Ähm, da wird, äh, ach, der weiß das nicht, äh, dann wirst du nachher so, wirst du halt irgendwie so aus dem Konzept gebracht und dann stehst du da und alle Augen auf dich und die denken ja, du musst das jetzt ja eigentlich wissen. Da waren mitunter auch wirklich eigentlich einfache Fragen bei, aber da traust du dich halt nachher überhaupt erstmal gar nicht zu drücken oder wenn, dann bist du nicht sicher und dann ist wieder daneben und das war dann halt so, ja, es war halt für mich wirklich ein, also nicht nur ein peinliches Gefühl, sondern für mich ein sehr unangenehmes Gefühl. Und wenn man sich dann nachher noch mal so die Fragen anguckt, dann hätt ich mir so, oh, ja, eigentlich, du Idiot, das hättest du gewusst, ne, also nicht alle, aber einige Fragen schon und damit hätte ich gewonnen. Und das Geile war ja dann so, die erste Frage war auch ganz einfach, ich glaub, da ging es, ja, wie viele Fragen fragen wir denn in diese Runde? Das hab ich dann natürlich gewusst und ich hab so, so viele Fragen am, am Anfang gewusst, dass ich eigentlich gar nicht hätte mehr drücken müssen und ich hätte trotzdem gegen den anderen, gewonnen, weil, äh, er genau so, nix wusste in der Kategorie und, ja, ich hab's dann aber verkackt, weil ich dann noch lustig sein wollte und irgendwelche lustigen Aussagen hatte, die dann aber gar nicht so lustig waren und, ja, wurde mir hier und dann dann doch nochmal, äh, kam mir das dann nochmal entgegen im späteren Verlauf äh, meiner Mitgliedschaft. Ähm, ja, aber, das ist halt mal ganz blöd, du musst auch immer gucken, was für eine, es gibt dann halt einmal nur Freizeitparks, Achterbahnen, es gab mal eine Kategorie nur, äh, äh, Disney-Schlosser, ich glaub, Moritz hatte mal Disney-Schlosser, aber nur Kirmes-Rides und dieses Jahr war's halt so, ähm, Moritz kam dran und, ähm, da waren halt nur Kirmes-Fragen, zum Beispiel, ähm, wie viel hat sich, wie war das denn jetzt noch, äh, der Olympia-Looping auf dem Oktoberfest gefragt, oder, äh, also ganz stupide Fragen, das waren halt alles so Fragen, die ich sofort, das sagt man jetzt, sofort beantworten hätte können, genau wie bei Moritz, ähm, also, wenn du halt ein bisschen, das sagt Moritz auch, wenn du ein bisschen auf der Kirmes bist, dann weißt du das nachher irgendwann, es ist halt leicht dann zu sagen, ja, das, das hätte ich jetzt eher gewusst, aber, ich, das war jetzt, das war jetzt, das war jetzt, müsst ihr mir jetzt glauben, aber es war halt wirklich ein ungutes Gefühl, weißt du, dann sind so viele, die sagen, ja komm, der Hanse, der so einen YouTube-Kanal hat, der muss halt dir alles wissen, der gibt dir immer vor, er weiß von allem Bescheid, ne, ja, ein Scheiß wäre, also ich, interessiere mich für Freizeitparks, ich muss aber nicht wissen, wie viele Schrauben da irgendwie, weiß ich nicht, der Breaky von, weiß ich, oder sonst irgendwas, sowas zu machen, aber es waren auch sehr einfache Fragen bei, und dann fühlt man sich nachher so, kennst du das, wenn man sich, ne, das kenn ich, ich versage nicht, schlimm, 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 das war, das war, ja, peinlich, ja, mein Gott, ist so, mein Gott, ist halt so eigentlich, so, komm, ich sag jetzt nix, ne, Grüße, Top 1, wolltest du sagen, ne, liebe Grüße, ganz liebe Grüße, vielen Dank, äh, Top 1 ist bei mir, äh, das war in Holland, und zwar letztes Jahr, das, da warst du auch dabei, da war ich mal im Coffeeshop, nein, im Coffeeshop, ne, da waren wir im Supermarket, bevor wir, ja, vielleicht weißt du schon, was kommt, äh, da waren wir an der Kasse, also wir waren erstmal auf dem Weg zum Ferienhaus, äh, es war ein Tag vor der Untamed Eröffnung, erst war immer Schlag Hagen, ähm, Schlag Hagen, Schlag Hagen, und, ähm, dann wollten wir uns noch, äh, wir haben ja alle so ein Ferien, so ein YouTube Ferienhaus gemietet da, so einen halben Bauernhof, und dann, äh, oder was? Genau, und dann sind wir da, äh, mit dem Auto erstmal noch zum Supermarkt rein, am, jeder hat da was, äh, sich eingesammelt, so, da ging's ans Bezahlen, und dann, dann dachte ich, schreibe, äh, 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 die Kassiererin, äh, dass sie mich nach meiner Posterzahl fragt, und da hab ich gesagt, nur auf Deutsch, ja, 23554, und da hat sie noch was auf Holländisch gesagt, und dann dachte ich, achso, ja, ähm, 23554, äh, äh, Deutschland, und da hat sie mich nur Kopfschüttel angeguckt, und ich sollte irgendwie weitergehen, oder so, und da sagte, glaube ich, Moritz, du, Lars, die hat dich gefragt, ob du den Bon haben willst, ich sag, achso, das war, das war witzig, achso, ja, Frind, ja, Frind, und da hab ich gesagt, ich weiß, ich weiß, was auf Holländisch Freude heißt, Frind, ach, ich glaub, alle, die bei mir drumrum waren, die haben sich im Boden geschämt, und, äh, ich fand's witzig, achso, achso, ich dachte, die wollen die Postanzahl wissen, warum sind eigentlich deine Englischkenntnisse aus dem Walibi-Holland-Video nicht in die Top 3 gelandet? Ach ja, das stimmt, das war auch, oh Gott, ja, da hab ich auch gemerkt, dass mein Schulenglisch grockenschlecht ist, das ist aber, das hab ich noch gefragt, sofort so, zack, na, das haben wir, viele haben ja auch manchmal, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt hab, da war auch sowas, der mit Frind, das kam da auch wieder drin vor, ja, aber es war doch lustig, ist auch gut, ist auch mega. Und was war noch, da hab ich auch gesagt, äh, ja, I love auch this rollercoaster. Oh mein Gott. Die Deutschen wieder, ja, die Deutschen, die Deutschen. Sehr gut, sehr gut. Ja, mein Platz 1 hat eigentlich gar nichts mit Freizeitparken, Kirmes und so zu tun. Was? Ähm, das ist auch so eine Sache, die eigentlich schon sehr lange her ist, ich sag mal, da war ich 16, 17, 18 ungefähr. Und zwar, ähm, war ich mit Freunden in der Stadt und wir sind dann halt von der Stadt aus zu Fuß wieder zu mir nach Hause, das ist ungefähr fünf Stunden, zwanzig Minuten dauert das, waren an der Hauptverkehrsstraße und, ähm, ja, haben halt so ein bisschen Spökes gemacht und sind dann, war kurz davor, dass die Ampel, unsere Fußgängerampel auf dieser Hauptverkehrsstraße äh, auf Rot wieder umschwenkte und ein Kumpel von mir, wir waren zu dritt, ein Kumpel von mir, der, äh, hat mich halt so ein bisschen ausgebremst und hat mich so ein bisschen weggeschubst und ist dann noch über die Ampel gelaufen, die halt noch grün war und als ich dann halt wieder das Gleichgewicht hatte, ähm, war aber schon rot und die sind halt weitergelaufen und haben, haha, und weiß ich wie, ne, so ein Kindigkeit ähm, und winkten dann von der anderen Seite und haben Mittelfinger gezeigt und ich dann so in meinem jugendlichen Leichtsinn schrei dann auf die andere Seite mega laut, ihr Behindertenspastis, was soll die Scheiße, jetzt wartet auf mich und dann höre ich nur von der Seite irgendwie so, ne Stimme, hey, das ist aber gar nicht witzig, ich steh mir vor, wenn du irgendwas sowas hättest, dann guck ich nach unten, ja, und dann war das ein Behinderter in einem Rollstuhl, der neben mir stand und das war sowas von gar nicht gut, ich mein, Jugendliche sagen halt behindert oder sowas natürlich aus nem ganz anderen Kontext raus, ne, aber das Problem war, ich stand jetzt auf so einer, das war so ne, so ne Kreuzung mit ner Insel in der Mitte und ich stand halt auf dieser Insel, ich konnte nicht zurück und ich konnte auch nicht vor, weil da die Autos waren, ich stand halt ne Minute mit diesem Mann, mit dieser körperlichen Behinderung auf dieser Insel und ich wusste gar nicht, wohin mit mir, weil mir das so unangegeben und peinlich war, ich hab mich natürlich dann auch entschuldigt, aber ich, dass ich das nicht so meinte, aber ich musste dann ganz, ganz dringend weg, aber das ist halt so ne Sache, das, ja, das fand ich mega, mega peinlich, ja, und das ist mein Platz 1. Beste Story fand ich mit dem Klo. Die Scheißhaus-Story, ja. Ja, genau. Ja, siehst du, da habt ihr auch ein bisschen was jetzt erfahren? Ich hab auch schon mal, Insider, ich hab auch schon mal einen Schiss auf dem Bandplatz gelassen. Im Hocken oder was? Ja, musste ich. Oh Gott, ey, oh Gott, oh Gott, hock dich hin, du Schwein. Das ist ja das Arbeitsamt und das war das erste, weil das ich zum Arbeitsamt musste und ich hatte gerade meinen Job verloren und ich war so aufgeregt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. und das ist normalerweise ja ein Parkplatz und dann hab ich mich hinter so einem Stromkasten. Das Blöde ist, die, ähm, der Bandplatz ist von allen Seiten einsehbar. Also, egal, wenn du dich hinter dem Strom, wenn du dich vor dem Stromkasten setzt, dann sitzt du auf dem Parkplatz, setzt du dich hinter diesem Stromkasten, dann können alle Leute, die in den Häusern auf der anderen Straße sein, das geht aber nicht mehr. Sonst gehen wir gleich einer Alf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, interessant. Das sind Themen, die die Welt bewegt. Ja. Mhm. Kack-Stories sind immer die schönsten Storys. Ah, siehst du, haben wir auch fast drei Stunden erreicht. Ja. Sollen wir noch eine Viertelstunde machen, dann haben wir es so voll. Oh Gott. Es ist so warm. Es ist aber wirklich, äh, wirklich wunderschöne Sonne an der gewesen. Ich habe auch ein bisschen hier diese Bräune bekommen, geht ja ganz so weg, aber man sah hier am Wochenende bis, also ein bisschen über die Nase, äh, diesen Abdruck von dieser scheiß Maske, da oben war ich mehr braun als unten drunter. Das sieht doch aus denn, ne? Ja, ja. Boah. Nee, nee, nee. Stimmt, muss man auch noch beachten im Sommer. Ja. Ich gucke gerade auch noch was drauf. Also das aussieht weiß da unten und braun, das sieht ja aus. Oh Gott. Ich bin hier kackt und ich bin hier schissen. Ja. So, haben wir noch Klasse. Ja, war noch wieder cool. Was suchst du da jetzt noch? Nee, ich gucke gerade, ob ich alles erzählt habe, was ich erzählen wollte. Habe ich aber, glaube ich. Hammer, ne? Ja. Ja, wir können, wir brauchen noch, wir brauchen noch einen, 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 einen Folgennamen. Ja, das machen wir ja gleich. Ach so, auch muss ich gleich immer noch weiter mit der quatschen. Oh nee, ich muss es ja eh noch schicken. Ja. Ja. Machen wir gleich. Machen wir Verabschiedung jetzt, wa? Und Lars muss ins Bett. Ja, warte, mein Akku ist ja auch langsam gleich leer. Ach du Scheiße, ja, dann, ja, ihr seht's, ich hätte gerne noch die fünf Stunden voll gemacht, die verlangt waren. das bin ich wieder schuldig. Also, ne, ihr seht, Lars hat auch eigentlich gar keine Lust mehr auf diesen Volk. Nee, aber echt, ey, jede Woche, die Scheiße hier. Mach's nur mit den Kohlen. Bist du der Mann, weil Ben ist ja der Typ mit den Kohlen. Bist du der Mann mit den Kohlen? Manchmal. Anfang des Monats. Ja, genau, richtig. Ja, liebe Zonga-Crew, ähm, Zonga-Crew, seid ihr eher Zonga, eher Tschunge oder eher Uwaga? Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das bei YouTube hört. Genau, dann machen wir da drei Teams draus. Die Uwagas sind dran. Mit den, mit den, mit den Geräuschen. Eben. Dann sind die Zongas dran. Und denkt auf jeden Fall dran, uns die Geräusche zu schicken. Also, schämt euch jetzt nicht. Wir machen das ja auch immer. Jede Woche zum, Horst. Deswegen, schickt euch einfach, schickt uns einfach eure Lieblingsgeräusche aus Fileser, Parks und Kirmes, die ihr selber nachmacht. Schickt uns die zu und wenn das genügend sind, dann können wir die mal hintereinander schneiden und dann haben wir da ein bisschen Spaß zusammen. Und ansonsten, falls ihr noch irgendwelche, ja, Beiträge habt, Fragen habt oder sonst irgendwas zu diesem Podcast, über diesen Podcast, vor allem an Nas oder an mich oder generell irgendwas zu erzählen habt, wie ihr euer Saisonstart wart, dann könnt ihr es natürlich auch gerne in einer Form einer Audio-Sprachnachricht uns zuschicken und auch das kommt dann hier in den Podcast rein. Genau, Sprachnachrichten über die Facebook-Seite von Stahl und Holz oder über die Instagram-Seite von Stahl und Holz oder über Anchor. Übrigens, falls ihr mal sehen wollt, wie wir uns hier benehmen, wenn wir sowas aufzeichnen, wie oft wir in der Nase popeln und sonst irgendwas, der Lars hat von der letzten Folge ein Video geschnitten, hat komplett dieses Ganze aufgezeichnet und das komplette Video mit natürlich dem Podcast könnt ihr auch auf der Facebook-Seite von Stahl und Holz euch mal angucken. Nur da findet ihr das Video. Genau. Exklusiv. Genau. War mal eine einmalige Geschichte. Könnt ihr mal reinkicken, wenn ihr wollt. Genau. Und könnt ihr direkt mal liken die Seite, wenn ihr schon da seid. Geliked. Geliked euch wohl. Genau. Habt euch wohl. Euer Herr Zonga. Oh mein Gott. Nee, war doch wieder spaßig. Hast du schon mal gehört, wenn Herr Newstam singt? Der singt manchmal Karaoke. Der kann schon nicht sprechen. Aber wenn der singt, ist das noch schlimmer. Oh Mensch, nee. Es tut mir leid, aber irgendwie, ich kann mir den nicht anziehen. Es tut mir echt leid. Ich fand das immer so, zum Schluss immer so unnatürlich. Also richtig so, euer Herr, muss ich mal gucken und dann, euer Herr Newstam. Das krieg ich so. Stahl und Holz. Stahl und geisterisch. Schka. Da ist übrigens jetzt die Sicht an. Also man sieht ein bisschen mehr, damit man die Punkte auf dem Boden sieht, wie lange man da anstehen muss. Äh, nicht Quatsch, wie lange die, wo die Abstände sind. Ach so, okay. Ja. Ist da irgendwas Neues drin? Nee, ne? Nee. Ich hab ganz vergessen, River Quest zu erfahren. Ich muss, ich wollte, ich hab nach der ganzen Zeit jetzt eine Winterpause, ich hab gar nicht mehr gedacht, ich weiß gar nicht, wusste gar nicht mehr, dass es den Ride gibt in dem Park. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Eingang ist. Ja, siehste, seit dem Mystery Castle gefahren, ja, ne, ja. Nee, nee, nee. Wir sind auch später erst gekommen, ich bin erst dann auch, ich bin auch gar nicht Taron gefahren, ich bin erst, wir sind erst um 11 Uhr da gewesen, dann hab ich erst zwei Stunden das Video aufgenommen, die ganzen Neuheiten gesucht, dann hab ich einen neuen Vlog gestartet, dann sind wir so ein bisschen rumgepimmelt, ein bisschen was gefahren, ja, und Stefan und Flo sind früher abgehauen, aber dann war Yvonne noch da und dann sind wir da noch ein bisschen mit Anki und Yvonne nur umgelaufen. Grüße! Grüße! Aber ist da gar nicht Taron gefahren? Bitte? Kein Taron, kein Mystery Castle? Nee, nee. Kommt aber noch, ich fahr nochmal hin. Versprochen. So, wieder mein Nijan. Ja. Jetzt geht erstmal, Movie Park steht jetzt erstmal an der Reihe am Sonntag. Ja. Dann muss ich mir für die Nacht die Woche noch was ausdenken und danach die Woche ist ja schon große Eröffnung im Efteling. Ja. Max Moritz, ne? Mhm. So sieht's aus. Ja, Mensch, cool. Ja. Wie gesagt, äh, schreibt uns, man kann ja auch machen, die, die, die Sprachgeräusche da, dass wir dann immer so in den, während des Podcasts einmal mal so rein, reinwerfen, so ein Sprachgeräusch, mittendrin. wenn's von Rubrik in die andere Rubrik geht, so als Blender. Nein, mal gucken. Als Blender. Genau. Genau, oder Oder Ich hab noch... Das ist witzig. Ja, komm, ich erzähl's dir aber nicht. Was? Ne, komm. Es ist vielleicht nicht so gut, wenn ich das erzähl. Oh, dann lass es. Ja, nee, komm. Nee, nee. Rotzlöffel. Nee, ist nix Böses, es ist nix Böses, aber dann heißt es nachher wieder, ich bin ja nicht so, wenn irgendwas in einem Freitagpark passiert, dass man dann da halt das immer so als Thema macht, deswegen lass ich's sein. Naja, gut. Also, wie gesagt, äh, genau, ähm, schreibt uns, äh, bewertet auf, wie heißt es nochmal, Podcast, Apple, schreibt geisterisch, Google, radio.de, genau, schreibt geisterisch, fünf Sterne, super, freuen wir uns. So, oder schreibt Sanifair als Kommentar und dann fünf Sterne, freuen wir uns auch drüber. Sanifair, oh yeah. Genau, oder schreibt einfach nur in Klammern, 70 Cent und dann in Klammern powered by Sanifair, fünf Sterne. Zongarisch, da wissen wir auch, was gemeint ist. Ja, da, irgendjemand, der überhaupt nichts mit dem, kann, mit dem ganzen Scheiß zu tun hat und der guckt sich die Bewertung an und der denkt, die haben sie nicht mal. Great Picture, auch ein Klassiker, geht immer. Also, ja, ihr, habt euch wohl, euer Herr Zongar. Die Anschläge übereignen sich. Ne, wie war das? Was für ein Ding? Wer sagt ja immer, die Anschläge übereignen sich. Übereignen sich. Nö, ist richtig. Überschlagen sich, die Ereignisse überschlagen sich, sagt er. Ja, ja. Ja, cool. Also, ich verabschiede mich schon mal. Weiß ich, was du noch irgendwie sagen willst? Achso, ja, ähm, ich sage auch, schlaf gut oder habt jetzt einen schönen Tag. Wir sehen uns in einer nächsten Ausgabe von Stahl und Holz. Empfehlt uns weiter, Lars hat schon alles gesagt, wo er uns findet, wie er was machen sollt, was er machen sollt. Wir können das ja machen, wie diese, äh, YouTuber oder Dings. Wenn, äh, das Video so und so viel Likes hat, dann machen wir das so und so. Also, wenn wir ja zehn Geräusche bekommen, dann gibt es die nächste Ausgabe. Ja, genau. Gott. Und erst dann. Genau, erst dann. Und dann richtig mit Marzipan. Ne, ja, ich glaube, das war die, oder ist die längste Ausgabe, die es bisher gab. Ich rede extra noch ein bisschen langsamer, damit es noch mehr war. Boah, da will ich drei Stunden vollkriegen, ne? Ne, ne, ne. Jede Ecke. Ähm, ja, berichtet doch immer, wenn ihr in Freizeitparks wart oder, ähm, wenn ihr in Freizeitpark geht, was ihr, auf was ihr euch freut, äh, wo, wo ihr, äh, zuerst hinfahrt und warum, warum ihr euch genau für den Park entschieden habt und, äh, wie so ein komisches Guinness schmeckt mit einem Staud innen drin, nee, wie war das? Was? Extra Staud. Schmeckt aber nicht. Extra Staud. Schmeckt nicht. Kauft es nicht. Kauft die bei Oettinger. So, bis die Tage, wenn ich sage, ich, äh, verabscheu mich, ähm, ja, hab noch eine schöne Woche, genieß das schöne Wetter, wenn es, äh, regnet, kann ich auch nichts dafür und auch. Wir hören uns nächste Woche wieder, hoffe ich. Ja, gehen wir hin, ne? Nächste Woche wieder, hier bei Stahl und Holz. Schunker. Diesmal richtig.